Ich würde sagen, ihr Lieben, wir müssen mal wieder als Team zusammenfinden, wir müssen wieder eine große Familie werden und dafür habe ich heute das richtige Spiel rausgesucht. Jetzt geht's los. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Los? Ja? 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 Wir könnten sagen, hey, herzlich willkommen zu Lamanfl, der neuen Show auf Rocket Beans TV, Donnerstag, 17 Uhr. Ihr seid live mit dabei. Wir machen richtig gute Unterhaltung für euch. Herzlich willkommen. Haben wir nicht diese Akronym-Nummer schon in Folge 1 versucht, mit unseren Vornamen was zu basteln und sind kläglich gescheitert? Wir könnten Flam, 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 Flaman, Flamanan, Martini. Schwierig, schwierig. Wo ist Lars? Lars dreht gerade. Flandrea. Achso, weil ich dachte, so. Lars ist so wie in einem Freundeskreis, wo du nur eine andere Person kennst und dann mit den anderen so ein bisschen fremdelst. So ist es mit mir auch so ein bisschen. Ich kenne Lars, bei euch weiß ich grob den Vornamen, die ersten drei Buchstaben, mehr nicht. Aber gut, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe gehört, wir wagen uns mal an die Königsdisziplin Gaming. Königsdisziplin, genau so ist das, denn ich habe das Gefühl, wir müssen hier, und da hast du natürlich recht, Florentin, in dieser Sendezeit ein bisschen zusammenwachsen als Familie. Und dafür gibt es im Gaming ein ganz gutes Rezept, nämlich Couch-Koop nennt sich das. Die Frage ist natürlich, wir sind ja hier angetreten als das einzige Team, das nicht nur Let's Plays macht. Wir wollten mal so ein bisschen die Unterhaltungsbranche revolutionieren. Sagst du das gerade mit deinem Rennanzug-Ding von vor zwei Wochen? Wir sind die Light Entertainment Crew, wir haben gesagt, wir haben eine ganze Schublade von der Show-Ideen, die arbeiten wir einfach Stück für Stück ab. Und jetzt machen wir Let's Plays? Also ich sage mal so, dazu müsstest du natürlich ein bisschen eher im Studio sein, damit wir hier auch mal was durchsprechen können. Deswegen bleibt uns das Zocken, aber pass auf. Ich habe ja noch andere Sendungen als die auf dem Sender, im Gegensatz zu euch. Okay, kein NDR-Fan. Ich würde sagen, guck mal, und genau diese Spannung wollen wir doch mal ausräumen, oder? Und dafür gibt es das perfekte Spiel, nämlich Joggernauts nennt sich das. Das ist ein sogenannter Autoscroller, das heißt, wir müssen uns nicht groß bewegen. Die Figuren bewegen sich ganz automatisch. Unser Ziel wird es gleich sein, lieber Florentin, sage ich mal, unsere Farbenlehre auf Trab zu halten. Denn es wird darum gehen, dass wir uns mit unterschiedlichen Farben in einer Schlange bewegen und immer nur mit der richtigen Farbe eine Hindernis durchqueren können. Wie das Ganze funktioniert, erklärt sich super einfach, genau, wo ich zum Controller, es ist wirklich Learning by Doing. Hier sind ja gar keine Buchstaben drauf. Jetzt natürlich. Woher soll ich denn wissen, was ich drücken muss? Stimmt, du hast wirklich den blinden Controller, ne? Ich bin ohnehin schon ein kompletter Gaming-Liga-Szeniger. Du musst Start drücken. Bereit? Ja, nee, ja. Florentin, drück mal B und N. Du musst erst mal ins BIOS. Ah, kurz ins BIOS? Okay, bist du wirklich grad, ne? Nee, bin ich das? Okay, ich bin der Martin. So, jetzt, guck mal, Start. Fuck. Du musst B und N. Wollen wir nicht erst die Aufnahme starten? Start. Das ist kurz die Aufnahme starten. So, guck, jetzt musst du einmal den Xbox gedrückt halten. Ach, das ist ein Knopf? Ja, ja, ja. Wow. Gaming ist die Zukunft, das macht mir richtig Spaß, Videogames. Oder? Haben wir davon mehr noch auf dem Sender? Nee, wir haben das gerade erfunden. Äh, sonst, ja genau, bis es leuchtet, so wie bei mir. Hast du seine Einführung verstanden? Sorry, die stellen sich nach... Ich hab das schon... Ja, ja, wir haben uns schon ein bisschen eingespielt, die sind schon Level 12. Geht das? Sonst musst du noch mal gedrückt halten. Halt mal gedrückt, genau, halt mal gedrückt. Gedrückt halten. So, guck mal, und jetzt noch mal Start. Nochmal. Sag mir kurz, welcher Start ist, links oder rechts? Rechts, ja. Guck mal. Ach, guck mal, da links sind zwei, rechts sind drei Striche. Das stimmt, das ist leider... So, jetzt würde ich dich mal bitten... Ich bin das rote Kätzchen. Genau. Ich würde gern gelb sein, wenn's geht. Nee, du musst bitte rot sein. Alles klar. Bist du, warte mal, bist du gerade grün? Bist du gerade grün? Dass du den Wissen wegfindest. Guck mal auf X. Guck mal, beweg dich mal ein bisschen. Danke schön. Gibt es denn gelb? Aha. Also, ich bin jetzt rot. Ey. Nochmal. Ich bin blau. Und wenn du was gefunden hast, dann auf A. Aber gelb, geht glaube ich nicht. Ah, ich wähle nur Zwischencharakteren, dann wähle ich die hier. Yes. Ich bin das rote Kätzchen. Okay, also Florentin grün, sehe ich das richtig? Ja. Mara rot. Ja. Und ich blau. Guck mal. Jetzt. Okay. Wir machen das ganz einfach. Wir sehen gleich, wir haben bloß zwei Tasten, die wesentlich sind. Okay. Du kannst immer nur, guck mal, der sagt es ja auch, der Computer, du kannst immer nur dafür sorgen, dass du selber an erster Stelle in unserer Reihe kommst, indem du X drückst. X ist ja hier unten, ne? Äh, X ist links, stimmt. X ist links, alles klar. Genau, pass auf. Er sagt es ja auch, lauft in eurer Farbe rein, ne? Also, wir sehen blaues Hindernis, das heißt, der blaue muss vorne sein. Okay, das wäre geil. Das wird natürlich timingtechnisch irgendwann schwierig. So, jetzt sehen wir rot ist vorne. Blau. Ich bin blau, also gehe ich da als erstes durch, sonst würde es nicht funktionieren. Das ist nur entspannt, das finde ich gut. Es ist wirklich. Das ist das erste Level. Das führt uns zusammen. So, guck mal, blau. Ja, das finde ich gut. Ah, das ist entspannt, ne? Da gibt es noch ein, genau, sammelt die Kugel, das ist so ein bisschen optional, da habt ihr schon, ja, okay. So, springen. Was ist die zweite? Die zweite ist A, also das untere. Aha. Die untere Taste. Was ist das hier? Ja, das sind so Punkte, die du halt machen kannst. Nee, Speicherpunkt war das. Okay, also ich kann springen und mich an erster Stelle legen. Genau. Ja. Das heißt, es wird so ein bisschen auf Zuruf, auf Abstimmung ankommen, dass wir sagen, ne, ey, du musst nach vorne. Ja, sehr gut. Aber auch nicht zu früh, sonst, ne? Jetzt muss jeder springen oder reicht es? Ja, jeder. Okay. Exakt. Gut. So. Ich bin froh, dass ich nicht alleine gestorben bin, Mara. War gut. So. Na, das war jetzt ein bisschen zum Aufwärmen, das wird alles ein bisschen tricky. Nät und so. Ach, das ist also ein bisschen geckig auch. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen funny auch. Okay. Schmunzeln, aber nicht lachen. Eine tolle Story. Ja, genau, sonst schmunzler. So, aber jetzt, ich muss nicht der Erste sein, um das Dreieck zu schnappen, oder? Blau. Was? Äh, doch auch. Ja, ja. Wirklich, ich muss der Erste sein, um das zu schnappen. Ja, und jetzt müsste man in der Luft rechnen. Ja, wo ist blaue Katze? Blau. Wer bist du nochmal? Ich bin grün. Du bist blau, Andreas. Wichtig ist doch nur, wer ihr seid. Viereg? Ja. Ja. Du musst nicht Erster sein. Genau, man muss nicht Erster sein. Ja, ja. So, bei den Schlüsseln. Leute, macht doch bei Zoom keine Rotationen, das ist ja super verwirrend. Herz. Ich bin tot, aber es ist nicht schlimm. Blau. Ja, ich war noch im Abgrund. Okay. So. Blau. Das ist auch meine Standard-Ausrede. Blau. So. Man merkt hier nicht, wie unsere Freundschaft... Ja, und ihr ignoriert die Boni einfach. Oh, ja. Ja, Leute, da muss sich jemand nach vorne wechseln. Wir freuen ja nicht schon alles. Wir spielen das zwei Stunden jetzt, Flo und Tika. So. Da. Da einmal sammeln. Oh, schrecklich. Du kannst... Naja, gut. Sondern wäre die Trophäe möglich gewesen. Schlimm von vorne. Grün. Zu gierig. Blau. Ja. Rot. Okay. Wir merken, es wird langsam schon ein bisschen schwierig. Ah, ich verstehe. Wir haben unsere Herzchen. Ah, okay. Ja, ja. Vier. Genau. Und dann hast du immer diese Speicher-Pose. Ja. Viel kommunizieren. Super, Mara. Ach, schön. Okay. Blau. Ja. Hey. Blau. Andreas, ich raste gleich aus. Ich wollte das Viereck holen. Ist das ein Hoch-Loh-Stock? Das ist ein was? Ein Hochgrund. Ich kann in den Hintergrund nicht von dem Vordergrund unterscheiden. Blau. Nicht, dass es auch noch ansammelt, Andreas. Der Sprung war zu... Nein, Leute, wenn solche Sprungpassagen kommen, dann keine Reihenfolgenänderung, bitte. Jetzt wechseln. Ja, ich muss der erste Viereck noch holen. Nein. Jeder muss selber aufpassen, welcher Kaktus als nächster kommt. Das muss nicht der Anführer ausrufen. Ja, offensichtlich klappt es nicht. Ab, blau. Doch, das ist schon besser, wenn man das ausrufen. Grün. Ja. Ja, ich war im Abgrund. Ach so. Das Ausrufen ist schon ganz gut. Schön zum Runterkommen. Rot. Blau. Rot. Blau. Blau. Grün. Blau. Schwierig, sich auf Farben zu sagen. Wo fand seine eigene Farbe oder die, die man will? Ich freue mich auf den Podcast dazu. Irgendeine. Blau. Rot. Blau. Ja. So, ich gehe oben lang. Leute, blau. Nein. Dann müssen wir wechseln. Ach, das ist, oh, das ist zu hoch für uns. Zwei Ebenen. Zwei Ebenen. Das ist nur stark. Guck mal, Level 1 für 2. Es gibt 36 Level. Doch, macht Spaß. Macht Spaß. Ich glaube, mit anderen Mitspielern wird das echt spannend. Kannst gleich mit Rekorn spielen. So, zum Beispiel nächste Level. Oh, was habt ihr da? Hups. Wie heißt das Spiel? Joggernauts. Grün. Bei Jogger und Astronauten. Das ist im Prinzip so die. Ach, die joggen. Ach so, die fliegen extra auf einen anderen Planeten, um zu joggen, oder? Yes. So, nicht zu früh. Ja, danke. Schlüssel würde ich auch gerne noch haben. Wechsel. Ja. Geil. Das läuft ja stark. Ich verstehe. Ich bin grün und habe die Dreiecke. Jeder hat eine Farbe. Aha. Grün. Ja, also hüpfen kann ich dabei. Oh, schönes Timing. Hammer. Ach, oben gehen wir aber los. Naja. Blau. Blau. Grün. Ist das ein Abgrund oder Hintergrund? Ah. Ja, Hintergrund. Was ist mit dem Schwarzmeister? Ah, Schwarz. Wechsel. Warum bin ich gut drauf? Hey, zu früh gewechselt. Wer war denn? Rot. Moment. Was machen wir gegen den schwarzen Kasper? Was machen wir gegen ihn? Wir rüberspringen. Ah, das ist doch. Okay. Ach, und die Reihenfolge ist immer dieselbe. Das heißt, man kann es auch lernen irgendwann. Genau. Ja, man kann es auch lernen. Okay. Irgendwann können wir es blind. Ach, schön. Toll. Oder? Können wir auch mal privat machen, ohne Kamera. Das ist doch was. Du brauchst halt drei Controller, ne? Das ist schon ... Das ist viel. Ja, aber zum Beispiel auf der Switch geht es auch. Und da kannst du den Controller ja teilen. Warte, warte. Schön. Ah, grün. Hab's. Ich mach das ein bisschen zu knapp. Oben oder unten? Oben. Ah, wir müssen alle entweder oben oder alle unten. Okay, für's. Ja, müssen wir nicht, glaube ich. Du hast recht. Ja, aber sonst kommen wir nicht durch die Monster-Reihe durch. Ja, das könnte sein, ja. Aber der hat Öl um sich herum. Sprich. Ah, so, das ist so ein Charakter-Tausch-Ding. Jetzt bin ich hier. Alle oben oder alle unten? Okay, okay, okay. Oh, nein, 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 nein. Alter. Blau, blau, blau. Oh, ich war ... Jeder ist für seine Farbe selbst verhandelt. Schaffen wir, schaffen wir. Geht, 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 easy, 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 easy. Guck mal. Ja, war noch kein Problem. Aber jetzt bist du der ... Jetzt hast du den Charakter gewechselt, ja. Wie, was? Wie konntest du den Charakter wechseln? Komm mal an der Video. Guck mal, Charakter freigestaltet, stark. Ich weiß nicht, wie es gegen die Hände. Du hast es in der gesamten Aufregung noch geschafft, den neuen Charakter auszusuchen. Auch zu bauen und so. Hat er alles nebenher gemacht. Hintergrundstory geschrieben und alles blau. Schön. Sehr ähnlich. Gibt noch einen zweiten Befehl, der heißt schön. Kann man sagen, wenn es richtig gut geklappt hat. Schön. Aber den würde ich nur sagen, wenn wir es auch wirklich kriegen. Sonst kommt, glaube ich, echt Verwirrung rein. Schön. Okay. Langsam zieht es an. Also so in anderthalb Stunden wird es richtig spannend. Blau? Wir sind blau eigentlich. Das ist Andreas. Nee. Nee, Andreas, du bist ein schwacher Glied wirklich gerade. Boah. Du musst selber drauf achten. Blau? Ja. Du musst dich deine eigene Farbe rufen. Blau, zu früh. Ich war zu früh. Oh boy. Let's go. Ich glaube, das ist unser Peak. Blau, grün. Blau, grün. Blau, rot. Okay, das war gut. Herzchen. Haben wir. Go, blau. Ja, ich war da. Warum? Leute, blau ist der fucking Schwachpunkt. Rot hat gepennt. Nein, nein, nein. Wenn ich tot bin, kann ich auch nicht nach vorne. Ja, im Streamplay. Blau, es ist immer blau. Schön. Ah, man darf die nicht berühren? Ah, okay. Nee, wenn es nicht die eigene ist, ich verstehe. Blau, ich... Ey, blau ist wirklich... Doch, ich bin da rot. Du bist rot. Okay, ma. Komm, ich muss dich auf eine Wante umschmeißen. Hey, Andreas, Hass, ja, aber es darf nicht im Weg vom Spielfortschritt stehen. Nein, ich war zu spät, aber das passiert. Das passiert selbst im Besten. Okay, da hat gar nichts gestimmt. Da hat wirklich gar nichts gestimmt. Ja, rot. Nein, Leute, aber... Weil ich tot bin, wie soll ich denn da noch hinwechseln? Nein. Boah, ey, ma, das war gar nichts. Das war nichts von mir. Das war wirklich nichts. Oh, ich hasse euch beide. Ey, seit du den neuen Charakter hast, Andreas, geht da gar nichts mehr. Der ist irgendwie... Blau, ich bin da. Grün. Was ist denn? Weiter, weiter. Blau. Ich war da und dann kommt wieder Blau. Wechselt euch vor. Blau. Leute, die Upgrades. Rot? Ja. Das war doch noch lange hin. Das war noch ein Kilometer, bis es da losging. Blau. Andreas, come on, Mann. Okay, okay, ich will nicht zu früh. Blau. Ja, ja. Wie du willst dich... Blau. Es gibt nichts zu früh. Guck, Grün hat geschlafen. Ja, ich habe geschlafen. Das gebe ich zu. Das ist nicht schlimm. Haben wir auch eben. Ja, rot hat gar nichts zu machen. Nein. Jetzt blau. Blau, 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 blau. Rot, rot, rot. Du nimmst die Power-Arms nicht ernst. Wie kannst du denn nach vorne wechseln, wenn der Rot wieder so langsam her ist? Es ist kein Spiel, wo man sich wegdreht vom Bildschirm, Mara. Ich wollte die Wand auf dich werfen. Schaffen wir. Locker. Blau. Guck mal, Grün hat geschlafen. Aber die Power-Ups werden gnadenlos ignoriert. Ja, nee, das ist jetzt zu viel. So weit sind wir noch nicht. Schön. Oh, super. Na, wenn du reinspringst, kann ich nichts machen. Ich bin da nicht noch blau angesprungen. Cool. Nice, okay. Genau, mit einem Herzchen ziemlich demütigend und deprimierend, aber wir haben es geschafft. Das wird. Weiter war ich noch nie im echten Leben. Puh. Weil ich immer alleine spielen muss. Wollen wir den nächsten Level machen oder den nochmal? 1,4. Welcher war denn jetzt was? Anscheinend bin ich Admin. Ich kann entscheiden, was ich bin. Admin. Diese PC, Leute. Ich bin Admin. Ich habe eine IT-Firma. Oh, okay. Aber das war zum Reinkommen. Okay, ja, ja. So, jetzt ist Springen auch vom Timing her. Rot. Wichtig, sonst springt ihr den Abgrund. Grün. Schön. Aber bitte nie vor Sprungpassagen die Reihenfolge. Oben oder unten? Unten. Tja, grün. Ne, den schütze ich mir nicht an. Oh, scheiße. Was meinte ich mit dem Sprung? Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Ja, das ist ein Sprung. Boah, das ist aber schwer zu sehen, wann man springen muss und wann nicht. Äh, flogen wir jetzt richtig gesagt. Bloß nicht im Sprung wechseln. Grün. Stark. Ja, gut, unten. Okay. Ah, es gibt auch einen kleinen Sprung, wenn man es nur annibbelt. Stark. Wie kommen wir da rüber? Wie kommen wir da rüber? Ey. Wie war es, indem man einfach läuft? Nicht im Sprung wechseln. Ja, doch, jetzt muss man es machen. Ich korrigiere mich. Sonst landen wir nämlich alle auf der Schnauze. Schön im Sprung. Blau. Schön. Schön. Kaum von Spaß. Ich weiß nicht, ob man wirklich wärmt im Sprung. Ja, das ist schon... Man muss das halt auch ankündigen. Das stimmt allerdings. Deswegen wieder reden. Blau. Bitte blau. Ja, super. Grün. Oh, bitteschön. Schöne Kombo. Blau. Bitte blau. Ja, guck mal, dann landet der andere... Jetzt hast du mich in die... Das meinte ich eben. ... an die Kandare geliefert. Und das wollen wir eigentlich nicht. Nee, das wollen wir eigentlich vermeiden. Jetzt bin ich ganz kurz weg. Ja, ich hab den ersten Sprung schon begeigt. Och, nee, komm. Und dementsprechend noch. Och, nee, komm. Aber wir gehen immer unten, oder was? Wir können auch mal oben lang. Okay, ich dachte, wir sind so ein Unten-Team. Ey, ich bin da, also... Okay, oben. Nein. Nein. Boah, Alter. Das ist zu schwierig. Ich will den unten her. Nie wieder oben. Das war die schlimmste Erfahrung meines jungen Lebens. Das war das Dümmste, was ich je was gemacht habe. Das war gar nichts. Nein. Ich war zu früh. Ich war zu hektisch. Ich wollte halt nach vorne. Du willst zu viel, Andreas. Du willst zu viel. So, und blau, 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 blau. Ach, Mann. Andreas, der kam einen Kilometer von weit weg. Es sind aber auch zwei Tasten. Okay. Schön. So, unten her schön. Nein. Ganz entspannt. Denk dran. Ja, an das? Ja, ey, das kriege ich nicht hin. Wer switcht den Ford im Kacken? Blau! Ja, ey, das war nicht groß. Du hast mich da hinten in die Wand reingeswitcht. Oh, wie er immer sofort dann aufhört zu spielen. Ach, wir haben ein Herz verloren. Jetzt liegt die Controller beiseite. Entschuldigung, das war mein Fehler. Ja, okay. Grün. Super. Macht Spaß. Oh, super gut. Schön. Herz, Herz, Herz. Ja, ich trau mich nicht mehr. Keiner interessiert sich. Ach. So, jetzt. Guck mal, jetzt wechselt doch mal. Ja, so. Ja, gut. Ja. Da komm ich nicht klar. Gut, da muss man noch später. Ach so, der Sprung. Ja, ja, verstehst du? Ja, ja, langsam komm ich rein. Jetzt bist du auch wieder bei im Sprung wechseln, ne? Sonst kriegt man es nicht hin. Ja, und unten. Okay, unten. Ja, das kann man doch. Stark. Stark. Wechseln. Gucke. Oh, im Sprung schön. Das meinst du, guck jetzt wieder. Ja. Oh, im Sprung wechseln. So. Sehr gut, sehr schön. Nein, nein. Speicherpunkt. Stark. Ach, gut. Das muss man nie wieder in unserem Scheißleben machen. Unten? Ja. Rot. Ja. Stark. Oh, das war gemein. Oh, das war knapp. Oh, das ist echt schwierig. Ey, schwein uns. Ich muss doch nach vorne. Ja, aber dann fliege ich runter. Ich wäre dafür, das wieder zu verbieten. Nicht im Flug switchen. Das ist ultra... Okay, neue Regeländerung. Ich würde sagen, wir verbieten es wieder. Ist wieder gebannt. Okay, aber dann müssen wir es klar machen. Wir müssen es schon angeben. Oh, das geht nämlich nicht. Leute, wir brauchen eine Regel. Egal welcher, wir brauchen eine Regel. Springen manchmal erlaubt. Okay, das ist unsere Regel. Switchen wir vorm Sprung oder im Sprung? Im Sprung finde ich cooler. Aber manchmal geht es nicht. Es sieht sehr cool aus. Das muss ich dir lassen. Gucke. Oh, nee. Das ist für mich aber der Dome. Jetzt grün. Ja, schön. Ich bin doch da. Super. Das ist, wenn jeder von es will. Aber damit haust du mich runter, Andreas. Das geht echt nicht. Deswegen. Und jetzt bin ich halt tot. Was war das denn? Und das war kurz vorm Ende. Wer hat denn jetzt nochmal gewechselt? Was war das? Unten? Ja. Schaffen wir ihn doch. Okay, wir müssen uns mal ein bisschen sortieren. Leute. Okay? Wir müssen uns mal ein bisschen sortieren. Switchen wir vorm Sprung oder im Sprung? Weil das Problem ist, wenn wir im Sprung switchen, dann wird es halt manchmal so geswitcht, dass der andere ins Loch fällt, ohne dass man was dagegen machen kann. Wir müssen vorher switchen. Eigentlich. Finde ich gut. Nee, es geht nicht immer. Aber eigentlich nicht. Es geht nicht immer. Ich glaube, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Aber ich glaube, ich glaube, ich bin Team in der Luft. Oh. Ja, aber das war klar. Ja, aber genau. Ja, okay. Ja, aber. Okay, alles klar. Du hast recht. Oh, ich habe die, falls ich das drückt. Ich kann gerade gar nichts mehr. Andreas. Mein Controller ist weg. So, jetzt wird ich ganz früh. So, das war gut. Das war gut. Das war gut. Also, ganz früh. Ja, man muss auch den Switch antizipieren, wenn man sieht, dass das was anderes vornimmt. Ich finde, in der Luft sind wir sicher. Nein, in der Luft ist eine ganz, ganz. Okay, dann lasse ich mich darauf ein und mache es nie wieder. So, das ist genau der Fall, den ich meine, Andreas. Er ist gerade eingetroffen. Ja. Springen nicht vergessen. Da, sammelt es ein. Ich will zurück. Nein. Oh Gott. Okay, gut. Jetzt haben wir aber die Basics drin. Ich würde sagen, Spiel gewonnen, Zwischenmenschen verloren. Also, ich glaube, wir machen einen Schritt in die falsche Richtung. Ich fühle mich euch ver- Moment, was war mit Sensoren? Ihr könnt doch nicht einfach das Wort Sensoren wegskippen. Ja, läuft. Ja, aber easy. Okay, alles gut. Was ist das denn? Das ist ein Sensor. Ist das das Gute? Jetzt sind wir hier unten. Ah, damit hätte man es vielleicht hochbouncen können. Ja, mache ich auch. Unten? Nein! Ja, guck mal. Ja, ich verstehe das Wort unten nicht. Äh, grün. Schön. Unten? Oben? Ich dachte gerade, es geht nicht. Ja, so ist es. Oh, klasse. Super. Schön, 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 schön. 25 Kreise, sehr gut. Oh, unten. Wieso eigentlich? So. Okay. Ja, 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 ja. Ja, wir kommen rein. Hey! Ach, kriegen wir doch alles hin. Wir sind noch mittlerweile drin. Schön. So, jetzt. Ah, das ist so ein Luftdruckmeister, der schiebt dich nach oben. Ja, doppelte Sprung. Und ich bin unten, Versage oder was. Könnte natürlich... Oh, Charakter freigeschaltet. Ich dachte, ich hätte verloren. Wechsel, wechsel. Ja. Schön. Und unten. Ah, da komme ich... Oh, das war... Alter. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. One day. Wow, one take. Nice, nice, nice. Das hat man noch nie gesehen. Sehr schön. Was bin ich denn da jetzt? Sehr gut. Ey, wir haben gut on the fly. Ich bin Blob. Flux Blorshinken hat sich freigeschaltet. Der hat den Blorshinken, oder was? Ich hab den Blob. Der legendäre Charakter. Wo sind wir denn jetzt? Ich hab den Blob. First try is... Können wir das schon machen? Peace Mallybelly? Das klingt gut. So, aber es wird noch schwerer. Ihr merkt es. Oh, oh, Entboss! Oh, Entboss! Entboss! Jetzt muss man gut hüpfen. Entboss. Oh, ja, ja, denkt ans Hüpfen. Jeder für sich. Ihr könnt länger gedrückt halten, dann geht's in Höhen. Oh, nein, ich trottel. Blau. Oh, oh, oh Gott, dieser Ball wird jetzt... Hohohoho! Schwerste Mechanik in dem Spiel ist springend. Ich weiß nicht, ob ich für uns jetzt schon mal hohohoho gesagt habe. Oh, Wano! Auf die Zunge! Ich bin an der Zunge! Entboss! Oh, der ist hart. Harty. Nein! Ah! Ja, jetzt... Rippchen! Ja, ja, ja. Wechseln! Ja. Nicht schlimm. Ich darf nicht auf Macher werden. Das generell immer ein... Nein! Oh, ich kann doch nicht... Direkt abgrund einfach. Warte mal, wissen wir nicht, dass ein Grünes als erstes kommt? Soll ich nicht direkt vor? Das ist ein schlauer Vorschlag von Florentinwell. Oh Gott, ich war zu voreilig. Das tut mir wirklich leid. Wir müssen danach gucken, dass wir uns die Chance nicht rauben, den Sprung zu schaffen. Nach diesem Wechsel. Den Absprung, ja. Das gilt auch. Wir sind Absprung. Guck, man kann doch da drauf. Ah, nee, schafft man nicht. Nein! Vielleicht übt Andreas erst mal hüpfen. Ach, come on. Oh, das ist so schwer, dass man danach direkt hüpfen muss. Wir sind noch im Game. Das ist wirklich schwer. Ja, ja, sa... Kuf, wir haben es fast. Sehr gut. Ja, nee, das geht nicht. Das ist nicht, komm, komm! Das geht eben nicht. Man darf nicht im Sprung switchen. Also mit dieser Einstellung kommst du nicht weiter. Nee, ich will jetzt auch nicht hier die Dogmen ausrollen, aber ich glaube, man wirft sich da ins Unheil. Wenn wir erst mal das Hüpfen gut schaffen, dann haben wir schon mal viele Leben. Das stimmt. Sehr gut. Stark! Egal, wir sind noch drin, wir sind noch drin. Stark. Guck mal, im Hüpfen springen ist der Gold wert. Oh, noch geschafft! Schön. Wir brauchen ein Herz, ja. Was, unten? Oh, da waren ja voll viele. Nee, dann oben. Ja, unten oder oben? Oben waren keine, dann gehen wir oben her. Aber es ist gut, dass der Level immer gleich ist. Da kann man sogar schon so ein bisschen sich vorbereiten. Ja. Also gehen wir unten an der Stelle? Bikon ist blau. Können wir machen, aber das war sehr viele Wechsel, ne? Aber ja. Guck mal, im Sprung wechseln, ich sag's euch. Das ist riskant. Hey, niemand hat gesagt, es wird leicht, Blut. Schön. Doch, ehrlich gesagt, du hast mich gepitcht mit, das ist super leicht. Ja, Leute, aber mit der Blaue einfach nicht mit am Strang zieht. Wir schaffen das. Wir schaffen den Ball. Der Ball wird uns nicht brechen. Rikon, es ist nur eine Taste. Ah, das geht nicht. Ich wollte es mal testen fürs Team. Okay. Ey, wer hat mich dann da geopfert? Du selber? Nee. Och, komm, die Stelle ist so leicht, die muss man schaffen. Ja. Schön, ne? Schön. Ja, okay. Okay, aber jetzt die Stelle habe ich. Switch und dann sofort springen. Wie kann man jetzt noch Anletzungen kleben? YouTube-Titel ist, äh, die Qual des Wals. Ja. Muss sein. Oh, dumm. Rikon. Ja, okay, du musst sofort springen. Stark, ich hab's. Leute, nein, das geht nicht. Man kann nicht im Sprung wechseln. Ihr habt so viel Zeit davor zu wechseln. Miau. Was das Schöne ist bei dem Spiel, man hat noch eine Hand frei, um wütend zu gestikulieren. Was? Nein, ich will euch ja auch nicht kritisieren, aber ich finde, ihr macht einfach alles falsch, was man falsch machen kann. So, komm. Wir können jetzt, ey, sag mal, waren wir nicht bei Animal Squad mal in einem Wal gefangen? Nein, 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 das war Biertz. Das war Jona. Achso, da war ich gar nicht dabei, ne? Stimmt. Flashbacks zu Sachen, die man nicht erlebt hat. Doch, da war's doch. Das heißt, den größten Moment mit einem Tier war gar nicht in unserem Band im Baby. Du hast doch bei dem Wal auch noch irgendwas gespielt. Es gab Waldemar den Wal, ja. Siehst du? Mich ärgern die Upgrades da oben, da muss man doch irgendwie hochspringen können. Ich liebe es, mit einer Hand. Das ist erst mal unsere zweite. Ah! Leute, was ist das? Ich hab's, guck mal, blau. Rot, wo ist ein Rot? Nein, stopp, das darfst du nicht machen, du darfst es nicht plötzlich ändern. Wir laufen durch die Kakteen durch, wenn du anfängst, da plötzlich drüber zu springen. Andreas. An der Zunge hängen zu bleiben, das ist jetzt wirklich Grundschule. Die Zunge ist jetzt echt verboten. Das ist jetzt wirklich schulbar. Die Zunge ist mit Markenzeichen, das wisst ihr. Pfff. Die Riebchen auch. So. Oh, nee! Ich will gar nichts sagen. Zunge! Ich glaub, die Zuschauer, es ist nicht so komplex, um rauszulesen, wer jede Schwache gibt. Ja, ihr habt euch wieder verbündet gegen mich. Und das Muske, ihn da hochzuspringen. Ja, doch. Schön. Ja, guck doch mal. Schau doch mal. Ja, ich darf nicht hüpfen, weil ich nach hinten katapultiere. Ja, ganz zum Schluss, wenn niemand mehr in der Luft ist, dann wechsle ich. Ach, das ist... Wie ein verantwortungsvoller Erwachsener. Damit kommst du nicht weit in dieser Welt. Im Wald. So, Andreas. Die Zunge, guck mal unten. Guck mal locker. Nice. Das ist doch schon mal was. Stark. Ja, das ist etwas. Stark. Ich bin der Blau. Ich glaub, man muss auf jeden Zahn springen, um das zu schaffen, in die Abwehr zu wollen. Andreas, du spielst mit den Feuern. Ich kann das nicht anders machen. Du spielst mit den Feuern. Alles andere ist unverantwortlich. Grün. Wenn alle am Boden sind. Guck mal, deswegen schaffe ich nie diesen Move dann. Warum? Wir gehen immer an der Stelle drauf. Woran gehen wir da drauf immer? So, wir werden ja wohl den Ball schaffen. Nein! Mara. Jetzt noch an den Zähnen zu scheitern. Der Zahn der Zeit hat an mir genagt. Nein, darf ich nicht so schnell hüpfen. Toll. So, ich mach das im Sprungsmeer. Fucking egal. Das schaff ich halt nie, diese Links. Warum denn nicht? Weil ich da immer nach hinten gerate. Nee, das Problem ist ja, wenn einer einmal stirbt, dann kommen wir komplett aus dem Rhythmus. Und dann haben wir sofort alle uns unzwangen. Also, Andreas, es ist jetzt wirklich albern. Aber dann lass uns mal den Zahn probieren. Ah, da kommt man nicht ran. Aha. Ich wollte was ausprobieren. Green Lady. Wo wolltest du hin? Oh, wir hatten mich da wieder weggesäbelt. Ja, schon wieder neu. Jetzt kommt mal eine lockere Runde. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal eine Runde ohne Zwang. Okay, let's go. Jetzt mal eine ernsthafte Runde. Schön. I like it. Schön. Ausbaufähig. Ja, wie soll ich das denn da schaffen? Was ist das Problem da? Ich denke, ich bin vorne und will springen. Aber ich meine... Du musst ein bisschen länger warten noch. Du musst schon gucken, welcher Kaktus kommt und dann den Switch antizipieren. Du musst gucken, was deine Farbe ist und dann da rein. Oho, Flacker. Oho, jetzt mit Epilepsy. Gott ist auf meiner Seite. Leave my boy alone. Na, gucke. Dann mach ich's halt alleine. Oder wir haben gleich alle drei gleichzeitig einen Schlaganfall. Warum klappt das nicht, Andreas? Wollen wir doch nächste Woche schon machen. Okay, habt ihr... Habt ihr gut. Kuffwechsel. Ja, 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 ja. Schön, schön, schön. Oben, oben. Und, 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 und. Und, 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 und. Und, Andreas. Ich bin da. Mein Gott, wie oft kann man denn unten sagen? Guck mal, wir sind immer noch. Nein, blau. Du bist so langsam. Hört doch mal auf. Ich wollte euch eigentlich mal wieder an einen Tisch kriegen. Und dann schaffen wir unten also, ja? Ja, unten. Okay, dann gehen wir unten lang. Ja. Nein. Ne, der war rot hat zu früh gewechselt. Don't look at me. Das stimmt aber. Da hat er recht. Das war der rote Rächer. Da hat er wirklich recht. Aber wir sind schon jetzt immer, kommen wir bis zu uns nach unten. Ja, ja, doch, doch, das ist, also der erste Teil ist echt solide geworden. Also da bin ich echt stolz. Nicht erwischt. Nicht drüber springen. Ey, du bist so schräg. Nee, aber das, wirklich, du kannst dich plötzlich anfangen, die Grundregeln zu ändern. Das war stark. Ah, wieder dieses Ding. Versteht das nicht. Grün. Grün. Kommt schon. Guck mal, schweig da oben. Ah, wohl. Schön geholt. Na bitte. Ja, danach. 4 Kilometer Anlauf. Nö, ist nicht mein Problem. Ey, rot schaffst nicht. Ey, wie soll man denn überlegen? Was war das? Ich bin ein Fisch. Oh, jetzt bin ich Dante. Ja, da schwimmst du. War das Dante? So, blau nach vorne, ne? Können wir beim nächsten Mal direkt machen. Ich bin da. Was ist das denn? Warum, warum stirbst du da immer? Nee, der beamt mich zurück. Stark. War für mich stark geblüßt. Wie du wirst gebeamt. Herz ignoriert. Das brauchen wir nicht. Das ist nicht mein Problem. Guckt doch mal, wir haben es gleich. Das müsst ihr ankündigen. Und jetzt blau vor. Direkt blau nach vorne. Wenn ihr direkt nach dem Sporten, direkt blau vor, bitte. Plötzlich dieses Optionale machen wollt, müsst ihr es schon mit ihm treten. Blau nach vorne, ich bin vorne. Gut. Ah, schau, das ist auch ein bisschen mein Fehler. Och. Ja. Ich verstehe den Tank nicht. Nee. Der schubbt uns nur nach hinten. Stark von mir. Ah, das ist ein neuer Charakter, glaube ich. Rot. Blau. So, grün jetzt. Dann wechsel jetzt. Du kannst nicht so wechseln. Blau nach vorne. Das haben wir uns. Ja, ich bin vorne. Man, jedes Mal bleib ich da hin. Ich bin vorne, geht schon. Also, warte mal, ganz kurz. Warum? Ich bin ein Fisch. Blau. Hab's doch. Dann fall ich rein. Jetzt wechsel entweder sofort oder gar nicht. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe den Fisch verstanden. Wer zum Fisch wird, wird entweder kurz gestunnt oder nach hinten versetzt. Das heißt, wenn Fisch kommt und danach was blau ist, darf nicht blau vorne sein. Also, wir müssen dann gegen unseren normalen Reflex arbeiten. Oh, was blau ist, blau muss vor. Sondern blau muss gerade nicht vor. Irgendjemand anders muss den Fisch aufsaugen. Und dann muss blau vor. Ich glaube, das ist die Idee. Ich wechsel halt nochmal schnell. Aber klar. Genau, jetzt bin ich vor und blau. Genau, jetzt kann blau vorne. Genau, jetzt können wir es so nehmen. Ja, was ich so mache. Oh, na ja. Leute, entweder sofort wechseln. Also, ich muss mich da drauf einstellen können. Ja, das ist immer noch vom Letzten. Ah, schön. Aber gut antizipiert mit blau. Gut. Blau wird stabil. Schön. Oh, alle versagt. Bin da. Das geht. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Blau. Ja, ich muss warten. Bisschen in der Luftzeit. Das wiederum. Ja. Stark haben wir gleich. Das ist nicht so wichtig. Oh, scheiße. Oh, Alter, das ist so nah. So nah. Super. Stark, stark, stark. Blau, schwach. Ja, ich war noch im vorherigen Run. Wer will es mir verdenken? Nein. Sorry, ich habe die Buttons verwechselt. Oh, der grüne. Ganz klar, mein Fehler. Der grüne Schlingel. Ich bin da. No. What? Miau. Grüni. Okay, jetzt ist Chaos gerade. Gucken uns gleich noch mal die besten 20 Runs an von uns. Wo war denn jetzt Blau nicht von? Ach, Blau. Leute, checkt ihr das Game? Nee, genau das darf nicht passieren. Jetzt konnten wir mal gerade schön sehen, wie Andreas versagt. Wir sind bei diesem Spiel nur so stark wie unser schwächstes Lied. Ich habe gerade geredet, das ist so gut. Andreas, was ist denn los? Komm, ich bin jetzt wieder da. Ist alles gut. Okay. Wir spawnen und du switchst instant nach vorne. Okay? Spawn. Spawn. Spawn vor. Spawn vor. Ist du bereit? Ja klar. 2, 1, go. Schön. Richtig gut. Ja? Geht nur mit beiden in der Luft. Keiner kann mir was anderes sagen. Oh. Nee, nee, nee. Oh, das ist aber echt gemein. Stark. Stark. Schön gemacht. Nein. Ja. Jetzt sind wir Mara aber auch ein bisschen mit Schulterbein. Danke. Ja. Nee, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das sagen viele. Das kannst du wirklich nicht sagen. Grün. Oh, ich muss... Schön. 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 Rüah. Nicht im Flug. Doch. Oh. Blau. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, geht, geht, geht. Das war doch voll gemein. Smelly Bailey besiegt. Bali. Endboss. Krass. Meine Güte, ist der Stress. Doris Alfin. Doris Alfin. Doris Alfin. Ich bin jetzt Doris Alfin, oder? Ist das eine Anspielung, die keiner von uns drei verscheint? Ja, das könnte sein, ne? Haha, ich denke, so eine tibetanische Künstlerin, die wirklich nur sehr schlaue Leute kennen. Achso, wir müssen noch eins machen, dann können wir erst weiter in die nächste Welt. Deswegen müssen wir noch machen. Okay. Ja, wir haben nicht genug Pokale. Nein, es läuft doch. Wir haben nicht genug Pokale. So. Blau. Das ist ein Wüstenlevel. Mhm. Ist das noch ein Einzelhaus? Ach, Mann. Blaui. Bin da. Ja, genau das ist es. Da muss man früh, früh mitdenken. Wir machen das alles zum ersten Mal. Vor am Sprung. Frühzeitig antizipieren. Und springen. Blau. Ja. Jetzt schon, jetzt schon, jetzt schon. Bin da. Jawohl. Aha. Aber Rot darf im Flug. Rot darf im Flug, ja? Ja. Ach, das tut mir aber leid. Nee, es ist auch an der Stelle nicht nötig. Blau vor. Sorry, ich bin einfach zu schwach. Grüni. Ich weiß nicht, wer grün ist, aber... Grüni. Ich bin dabei. Sorry. Ich habe mich kurz in meiner Spielfigur verloren. Ich habe vergessen zu springen. Mein erster Fehler heute. Fair. Schön. Oh, etwas. Oh, blau. Ja, bin auch da. Nein. Weicher Punkt. Weicher Punkt. Es ist schön. Rot. Ja, ist es auch schon längst gesehen. Zeigt der grün, wenn er nach vorne springt? Rot. Oh. Schön, gutes Timing. Das war ein gutes Timing außerhalb des Sprungs. Grün. Ja, zu spät. Das war von mir zu spät. Grüni. Oben, unten. Ach so, da hätte ich dann alleine oben. Ah, krass. Aber schön. War gut? First try. Second. Gut, ganz gut. Ja, ganz gut. Ganz gut geholt. So. Wir haben immer noch nicht genug Pokale. Wie viele Pokale haben wir denn? So, scheiße, weil wir die Level so abschließen müssen, dass wir die optionalen Dinger holen. Wir haben null Pokale? Ach, du grüne meine. Was? Warte mal. Ja, drückst du immer drücken. 1, 4, 1, 5, 2, P, 2, 1, 5. Ich lasse dich nicht weitermachen, wenn du nicht beweist, dass du wenigstens acht meiner Trophäen. Okay. Okay, dann lass uns nochmal mit dem leichtesten anfangen. Ja. Nochmal back to basics. Und da haben wir, ah, wir haben eine von zwei Trophäen, okay? Okay, ja. Jetzt kriegen wir das ja hin. Das müsste ja jetzt schnell gehen. Jetzt ist ja. Ja, das ist jetzt super leicht. Ach so, guck mal. Ah, jetzt haben wir sogar erklärt uns, wie das Spiel funktioniert. Guck dir, ich gehe in Trottel an. Aber so unnötig ist es gar nicht. Ach ja. Nee, schön wegskippen. Ich bin schon blob. Ach, das war eine schöne Zeit. Bisschen noch vor dem Wal. Wieso haben wir denn da die zweite nicht geholt? Das musst du ja noch fragen. Das ist schon peinlich. Ja, wenn man mit 30 noch meinen Kindergarten wiederholen muss. Gaming! Oh, ich liebe Games. Videogames vor allem. Ja. Zwei Monde. Interessante Welt. Es gibt anscheinend zwei Monde und zwei Sonnen. So, dann müsst ihr die doch mal mitnehmen. Einfach völlig ignoriert. Haben wir alle? Haben wir doch. Guck mal. Hier, das ist es. Stark. Na, lass uns dir die Dings holen. Na super, ihr kleinen Mäuse. Das ist eigentlich doch gerade hier. Ui. Stark. Manchmal, finde ich, kann man den Hintergrund nicht vom Vordergrund unterscheiden. Das ist mein einziger Kritikpunkt an diesem sehr wunderbaren Spielen. Aber ist noch zu früh für ein Review jetzt, oder? Ja. Das ist Bounce? Ich glaube, das ist das. Das können wir, glaube ich, durch alles. Oh, Schutzschild! Jetzt sind wir jede Farbe, oder was? Achtung. Jetzt sind wir jede Farbe. Sehr gut, ja. Und wer geht hoch? Nein! Jetzt hätten wir uns hochtauschen können. Boah, das wäre cool gewesen. Aber haben wir jetzt eine? Die hatten wir ja schon, ne? Eine zweite haben wir jetzt nicht geholt. Wo war die zweite? Na, das ist das oben. Also, ich muss hoch und dann müssen wir nochmal tauschen. Ja. Ich verstehe, okay. Kling mal hin. Wir kriegen aber echt Hits. Ja, ja, okay, aber du musst dann den Sprung zur Trophäe machen, ne? An dir liegt's dann. Na klar. Aber lass uns vorher nochmal hören, wie das Spiel funktioniert. Ich glaube, die erste brauchen wir jetzt auch nicht rubeln dann, oder? Und wir sind jetzt für immer Eier, oder was? Vielleicht hilft das Spiel an irgendeiner Stelle. Komm, gib denen die Stutzräder jetzt. Leute, jetzt ist egal. Einfach versuchen zu springen. Okay. Schaffen wir. Ich bin ein Block. Ich bin schon da. Ich bin ein Block. Kriegen wir das hin? Nichts tauschen, nur einsammeln, wird er gesagt. Guck nebenbei noch ein Chat. Schafft ihr das? Hab die. Wir gehen einfach alle da hoch, oder? So, das kommt ja jetzt gleich schon. So, jetzt wird's... Oh, jetzt wird's... Das ist der schwere Teil halt am Ende kommt, ist gemein. Tricky, tricky, tricky. Ja, ey, da muss man das Ganze... Ich glaub, Mara macht am besten gar nichts, weil was sie unten sammeln will, ist egal. Ist tatsächlich egal, glaub ich. Okay, dann mach ich gleich gar nichts. Ich mach jetzt nichts. Und jetzt... Schön! Jawohl! Hat gar keinen Switch gebraucht, aber sehr schön. Gut gemacht. Stark, oder? Bonus! Oh! Ich hab' noch gar keine geholt. Das ist ja richtig schön, hier haben wir ja noch viel zu tun. Ach, Mara hat jetzt auch den Ostereffekt, wir nicht. Ja, das ist, weil ich cool bin. Ja. Ich hätte gerne, dass es mehr so gute Geräusche macht. Guck mal, sammelt die doch mal mal ein. Ich glaub, die kommen für die Getroffene. Ja, was bringt das? Leute, eigentlich das Kätzchen... Leute, nicht im Flug, bitte, nicht die Basics jetzt ablehnen. Blau da oben. Ja, und Trophäe. Super. Die haben wir nicht bekommen beim Erstlöchler. Guck mal, da sieht man mal, wie viel weiter wir jetzt schon sind. Auch wenn wir uns nur ankeifen. Guckt euch das mal an und ich hab immer noch meinen Schutz. Es gibt noch eine weitere Trophäe, ne? Also haltet die Augen auf. Da muss ich jetzt, ist mein Schutz geopfert! Ich hab nach Trophäe geguckt, ach ja. Ach, oben wird schon wieder, wa? Ne, unten. Ah, aber einer muss oben lang. Oh! Ach, die Trophäe erscheinen nur, wenn man die Symbole alle einsammelt. Genau, das sind diese Schlüsseldinger, ja. Aber einer muss dann oben sein. Jetzt haben wir es. Kriegen wir hin. Okay, alles klar. Spannend. Moment, also, Mara muss dann die Trophäe holen, oder was? Ja. Und wir aggieren sie. Ja, unbedingt. Ja, kann ich machen. Ach stimmt, die Trophäe hat ja keine Farbe, ne? Es ist ja egal, wer sie aggiert. Exakt, ja. Ich hab nur überlegt, aber wir beide waren unten als Farben, ne? Ja. Ja, also laufen wir unten lang. Boah, das ist eine enorme Verantwortung. Stark. Sagt er, wer hat er stirbt. Oh, du bist schon wieder nicht geholfen, jetzt noch mal. Nein, aber dafür müssen wir nicht wechseln. Wir müssen für die Upgrades, müssen wir nicht wechseln. Aber warte mal, wir haben die Trophäe jetzt nicht... Blöde Arbeit, es ist vorbeigeruht. Warte mal, wir haben die Trophäe jetzt nicht gehut, das Set. Das ist egal. Das ist egal, die haben wir ja schon. Ne, 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 haben wir, glaube ich, nicht. Ernsthaft? Man kriegt neue Trophäe nur, wenn man alle anderen auch einsammelt? Die haben wir, die haben wir. War gelogen. Okay, jetzt unten, Mara hoch, Mara hoch, Mara hoch. Schön, 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 schön. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Aber Mara hat er unten. Mara muss einmal nach unten wechseln, aber ist egal. Dann wechselt nur einer von uns, ist dann oben. Müssen wir Bleach sein. Boah, das ist aber... Oh, das ist so ein bisschen anspruchsvolles... Aber guck mal, wir haben die Trophäe safe, obwohl wir die anderen nicht eingesammelt haben. Ah, okay. Gut, dann können wir uns ja ganz auf die Aufgabe konzentrieren. Boah, toll, ey. Aber was die kleinen Dreiecke bewirken, weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn man genug von denen hat, kriegt man das Osterei. Was für ein Osterei? Ja, ich kann es nur dir zuhören oder spielen. Es geht nicht weiter. Damals, als wir noch unser Schnee-Inuit-Märchen gespielt haben, da waren wir connected. Das stimmt. Ihr müsst für diese Teile nicht switchen, Leute. Das macht es nur noch schwieriger. Ihr müsst nur hochspringen, wenn eure Farbe kommt. Das ist echt gut. Also, ich geh dann gleich am Ende oben her, ne? Boah, das wird hart. Das wird richtig hart am Ende. Also, geh ich am Ende... Du musst einmal, du musst unten gehen, aber dann nicht nach oben switchen lassen. Okay. Aber ich weiß nicht, wessen Verantwortung das ist, den Switch zu machen. Das gehen wir hin. Easy. So, jetzt... Ja, das war ja schon... Siehst du, wir müssen das switchen. Das muss in der richtigen Reihenfolge eingebaut werden. Ja, in dem Fall schon. Aber wer soll hochgehen? Weil Rot ist ja sowohl oben als auch unten. Das heißt... Aber ihr beiden werdet zuerst gebraucht. Also, geh wahrscheinlich ich nach oben. Weil ich erst erst dritte, zu drei beiden. Dann wechselst du nach unten. Ja. Für blau. Das heißt, ich bin wahrscheinlich am Ende oben. Oder bin ich unten? Ich glaube, es hängt an Florentin, wenn ich mich jetzt nicht... Oh, oh. Doch, ich glaube, Florentin ist am Ende oben. Grüni. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Aber... Aber... Es wird ja immer der... Aber, Leute, bitte... Bitte, Leute, äh... Bitte, ähm... Ja! Also. Egal. Ich hab nur auf den Pokal geguckt. Das war das fußballerischste, was du je gesagt hast. Hahaha. Zitat. Die ganze Saison auf den Pokal. Duck. Duck. Okay. Nein. So, jetzt. Einer hoch. Oh! Oh! Okay, hold! Oh, Gott! Wie wir es nicht wahrhaben konnten, dass es tatsächlich funktioniert. Bonus, bonus, bonus! Ah! Ja. Okay. Sehr schön. Da muss man einen doch vorwarnen, wenn der Bonus kommt. Schaffen wir. Da geht's. Eins, drei. Wackelnde Wellen aus Weltraumkörnern. Los geht's. Here we go, guys. Das andere studieren wir gar nicht mehr. Das ist schon viel besser. Alter, Feen ist echt hart. Da sind wir richtig drin. Dann haben wir noch was. Puh. Herzbaumen. Nicht zu früh. Ja, gut. Toll. Klasse. Und ich hole sie. Schön. Sehr gut. Ganz viel. Und bin trotzdem unten zur Stelle. Super. MVP-Nennen wir das. Wow. Von Fußball, du kennst das. Most valuable. Klapper. Klapper? Scheiße. Aber da hätte einer hochkennen müssen. Bin da, klar. Schön, schön, schön. An der Stelle. Gut, gut. Weil ich denke, wir schaffen es so. Nein. Das war mein Fehler, nicht leider. 10 Uhr an uns. Ja. Blau! Bin da. Bin doch da. Da! Bin doch da. Ohohohoho. Easy. Uiuiui. Ja, Alter. Bonus, Bonus, Bonus. Jetzt aber mal. Bonus? Okay, einmal Bonus. Richtig locker durchziehen. Wunderbar. Wunderbar. Sterbegeräusch. Alles klar. Ich glaube, wir brauchen noch zwei Trophäen, dann haben wir es. Hier hatten wir, glaube ich, gesagt, die Trophäen sind uns vollkommen egal. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, meine, dass Blontien gesagt hat, die brauchen wir bestimmt nicht zum Weiterkommen. Unten oder oben? Ich glaube, oben, weil da gibt es die Trophäe. Wow, das war cool. Nicht bewusst, aber cool. Oben brauchen wir die Trophäe. Boah, das war ein cooler Moment. Das werde ich heute Abend noch denken. Das war mein Lieblingsmoment 2001. Das ist schon Abend. Hoch. Für mich nicht. Ich habe noch eine Victoria-Nacht von mir. Schön. Goll. Jetzt oben, oder was? Ja. Ja, man kommt rein. Ja, was war was? War überhaupt jemand von uns dabei gerade? Da muss der Sprung aber sitzen. Aber richtig. Aber wie soll das gehen? Ach, ja. Wie soll dieser Sprung denn gehen? Komm, schaffen wir. Blau. Ja, ich bin da. I'm there, boys. Der ist nicht leicht. Der ist wirklich nicht leicht. I'm there, boys. Ich habe da echt Respekt. Aber guck mal, wie gut wir inzwischen hier sind. Ich weiß nicht genau, wann man hier springen soll. Scheiße. Ich bin da. Einer noch. Yes. Wow. Mehr Glück als Verstand. Unsouverän, aber geschafft. Leute, doch nicht im Sprung. Mach das doch vor, wenn du die siehst. Egal. Aber wir haben nämlich die Trophäe verloren. Nein. Doch, wir kriegen ihn nicht. Ihr habt recht. Oh nein. Wir haben es einmal geschafft. Wir haben es einmal geschafft. Wir schaffen es nochmal. Grün hat geschlafen. Nein. Nein. Grün hat ihn gerissen. Ich bin gestorben, weil Grün nicht vorne war. Grüni. Und so wird es in die Geschichte. So habe ich es nicht gesehen, aber gut. Schön. Moin. Ja, blau. Ja. Habs. Schön. Herz und Trophäe. Herz und Trophäe. Blau, blau. Bitte nicht schlafen. Bitte nicht so spät. Mach es doch, wenn du siehst, dass er kommt. No. Nein. Weil ich ja vom Tappen wieder. Nicht, nicht, nicht. Gut. Sehr gut. Aber reicht es jetzt schon wirklich? Na, wir brauchen noch ein Trophäe. Und? Bestimmt wieder oben. Nee. Scheint gar nichts zu sein mit einer Trophäe. Okay, gut. Wir haben die Trophäe und wir haben... Also unten jetzt, oder was? Unten. Aber wahrscheinlich müssen wir den Booster nehmen. Um an die Trophäe zu kommen. Durchs Wahrscheinlich ist sie irgendwo oben außerhalb des Frames. Denkbar. Oh, das war zu spät. Was ist das? Ach, das ist ein roter Effekt. Sorry, da war jetzt alles kurz drüben. Also ich würde sagen, lass uns mal oben probieren. Okay. Grün müsste dann mitspielen. Grün hat versagt. Moment, wo muss man da draufsteigen auf den Lüfter? Wir müssen das, glaube ich, schaffen. Warum haben wir das Tutorial weggeskippt? Da wurde der Lüfter erklärt. Es könnte sein, dass wir das nochmal machen müssen. Leute, den Lüfter. Ihr müsst das UFO benutzen. Er hat es doch. Der ist eine Grüne. Grün. Ach so. Ach nee, das ist zu spät. Moment, das UFO macht nur das Ei, oder was? Ja. Dann können wir unten gehen. Immer zu spät, sorry. Sehr gut. Jetzt schon, blau. Tara spielt vorausschauend. Sehr gut. Genauso muss es. Nein. Nicht in der... Gut gegangen. Hast du ein bisschen Glück gehabt. Au, oh, oh, jetzt wird's haarig. Wie machen wir das denn? Oh, wie kommt man da dran? Ah, du hast recht. Wir brauchen doch so einen Boost. Brauchen den. Aber kann man mit dem Ei höher springen? Nein. Dann mit dem großen Boost, aber wie kommen wir denn da hin? Mara. Ich spoilern. Ich muss es mal selber rausfinden. Guck nur ein bisschen nach oben. Hm, merk ich. Nee, wer wüssten du? Wie fast deine Farbe immer noch nicht? Nö. Blau bin ich auf jeden Fall nicht. Lass uns, okay, aber jetzt oben probieren, oder? Ich meine, das oben ist schwerer, das muss ja irgendein... Da ist die Trophäe doch einfach. Ja, ja, ja. Aber das ist doch der erste wieder. Wieso eigentlich? What? Ach so, weil wir durch waren. Auf Level. Ja, ja. Aber die haben wir gerade safe. Die haben wir safe. Ja, wir müssen die nicht nochmal machen. Bitte nicht so früh, nicht so spät switchen. Bitte vorausschauen. Wir haben ganz woanders gerade überlegt. Naja, komm. Aber das muss dir in Mark und Bayern übergeben. Was ist jetzt oben, oder was? Nee. Nee, jetzt machen wir die faule Runde. Oder wir gehen drauf. Nee, jetzt würde ich sagen, faule Runde unten, damit wir möglichst safe durchkommen. Okay. Und dann haben wir noch keine Lösung für die zweite Trophäe. Aber es muss was mit dem Ufo zu tun haben. Alles andere ergibt keinen Sinn. Blau. Bitte. Der, der meine Sachen. Nee, schon blau. Jetzt macht das Absicht. Jetzt ist der Trotz-Modus. Jetzt ist wieder der 15-jährige Andreas Lynch, der wieder unbedingt rebellieren muss. Schön die zerrissene Trophäe. Was denn jetzt unten oder oben? Hoch, 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 hoch. So. Und dann das Ei einsammeln? Aber was passiert dann? Oder ist das einfach... Nee, im normalen Sprung reicht das nicht. Nee, 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 nee. Da, mach, da killst du nämlich jedes Mal. Komm, jetzt noch mal so ein Booster. Ich glaube, nein, oder? Unten oder oben? Oben. Ich bin oben. Ich hab's. Aber kannst du höher springen mit dem Ei? Nee, ne? Nee, doch nicht. Da musst du schon vorher wechseln, Andreas. Weil sonst bin ich jedes Mal im Sprung weg. Ich brauche mich unbedingt oben lang. Hör? Moment mal, wovon werden wir denn da abgeblockt eigentlich? Dass manchmal manche nicht hochspringen können. Blau. Ach, da. Schön. Blau. Sehr gut. So, aber jetzt Achtung, jetzt achtet mal auf die Trophäe. Wie soll das gehen? Hat das was mit den kleinen Symbolen zu tun, dass wenn man die alle sammelt, man irgendwas kriegt? Vielleicht doppelt oder gedrückt halten? Nein, das ist ja ein Rätsel. Die legen die Trophäe nicht einfach hin, nur dass man nur springen muss. Da muss ja eine Herausforderung sein. Ich glaube, wir brauchen das Ei oder den Lüfter oder was auch immer. Also ab jetzt oben, sorry, kurz geschlafen. Ja, man kann nicht gleichzeitig nachdenken und springen. Das ist das Problem von allen Hochspringern. Also wollen wir oben probieren? Aber wir müssen alle wirklich den Sprung nailen einfach, sonst gehen wir komplett drauf. Weil wenn manche unten sind, manche oben, dann bringt das gar nichts. Das ist gerade schon wieder Kraut und Ruh brennen. Ich weiß nicht mehr, was ich sage so, Andreas. Wir hatten das Gespräch jetzt so oft und es scheint bei dir einfach nicht anzukommen. Willst du einfach nicht, woran liegt es? Wer ist denn, Rot? Wolltest du nicht springen? Ich dachte, es ist wechselt. Andreas, du färbst schon langsam ab auf Mara. Mara war eine ganz solide Springerin bis jetzt. Danke, Grün. Aber ich glaube, hier müssen wir bestimmt, hier müssen wir nicht hochgehen. Lau jetzt, nach vorne. Das ist nur ein Massaker. Und vorne? Lau? Das ist ängstliche, ey. Ihr habt echt keinen Spaß bei mir zu spielen, ne? Für euch ist das echt Arbeit hier. Also ganz kurz, stopp. Ich würde sagen, die erste Trophäe brauchen wir nicht, weil die haben wir. Da gehen wir unten, einfach damit wir da safe durchkommen. Weil wir anscheinend alle nicht gleichzeitig sprechen und spielen können. Müssen wir das jetzt absetzen. Leute, was ist denn los? Grüni! Ich mache hier aber auch alles falsch. Okay, okay, komm. Jetzt Konzentration, bitte. Jetzt genug Entertainment, Fun, genug Best of Beans Clips wurden generiert. Jetzt können wir spielen. Schneide ich gleich alles rein. Das stimmt, deswegen. Wir hatten doch gesagt, wir hatten den. Und gesagt, blau. Easy. Er schafft es mit seiner Coolness dann doch wieder jede Wut elischen. Ja. Okay, jetzt aber. Jetzt hört mal auf mit dem Quatsch. Okay. Ja, wir machen hier Quatsch. So, grün. Und Tim? Schön, guck mal. Wenn wir nur wollen, geht's noch. Wenn man nicht miteinander redet, dann läuft's auch. Dann haben wir alle eine Lektion gelernt heute. Beziehungsweise vom Macheran. Schön. So. Powerplay ist das. Diese Ölflecken haben nichts zu bedeuten, ne? So, jetzt aber hoch, ne? Hoch. Ja. Mann, aber jemand muss dann auch die... Aber, ne, das Ei hat nichts mit dem Lüfter zu tun, oder? Ich glaube so. Weil der Lüfter war noch da. Warte mal. Ist es so, wenn man unter dem Lüfter durchgeht, dass man dann das Ei kriegt? Könnte sein. Warum haben wir das so toll weggeskippt? Also, ich glaube, ich glaube... Das ist gute Tradition auf dem Sender hier. Möchte da mein Team ändern? Aber ich würde es gerne mal probieren, auf den Lüfter oben drauf zu springen. Okay. Und wir haben uns gemerkt, was ist die erste Farbe bei oben? Rot. Rot, genau. Das heißt, vor dem Farbending musst du vorne sein und du musst den Sprung machen. Ich weiß nicht, ob ich den absprungen habe. Und jetzt... Irgendjemand hat mich zu Hause geboxt. Oh, nee. Ich hab's. Nee, Leute, das bringt... Das ist nur das Ei. Sterben lassen, sterben lassen. Nein, nein, nein. Doch, sterben lassen, damit wir den Checkpoint nicht verlieren. Wenn wir den Part nicht schaffen, sterben lassen. Aber ich glaube nicht, dass wir das... Das ist nur das Ei. Ja, es wird nur das Ei sein. Glaube ich auch. Aber was ist, wenn man oben drauf springt? Gar nichts. Es geht gar nicht. Ja, Moment mal, aber dann haben wir keinen Plan für das Ei. Leute, wir brauchen einen Plan für das Ei. Äh, das ist die Trophäe, mach ich. Ich glaube, wir müssen alle vier schaffen von diesen Dingern. Und dann kriegen wir, glaube ich, die Mühe. Welche Dinger? Naja, da sind ja vier Symbole davor. Ich glaube, wir haben es noch nicht einmal geschafft, die alle einzusammeln. Und dann fällt es runter, oder was? Ja, irgendwie sowas. Ja, okay, probieren wir es. Also, dann gehen wir jetzt unten, damit es leichter ist. Und versuchen, uns darauf zu konzentrieren, die Symbole alle wegzusnacken. Hatten wir doch jetzt, oder? Nee, wir haben es nicht bis zur Trophäe geschafft. Nee, er meinte die direkt... Da musst du schon früher. Das sind die Basics, Leute. Also, da fehlt mir jetzt langsam die Geduld. Ich weiß gar nicht, wie du in so kompetitiven Dinger bist. Bist du so ein geduldiger Typ? Weiß es gar nicht. Du bist immer ganz ruhig in den Creepjack-Streams. Scheiße. So, jetzt muss ich vorne sein und jetzt grün, blau. Oh, oh. Da kommt man nicht an. Moment mal, was war das jetzt? Also, wir müssen es... Aber das kann schon sein. Hör auf, Mara. Wir kriegen das schon selber hin. Es ist so in meinem Blickfeld. Aber die sagen auch nur Quatsch da. Wir kriegen das schon hin. Wir sind hier, um gemeinsam Probleme zu lösen. Nicht um uns die... Ah! Ich will einfach den Chat hassen. Ah, jetzt kippt's in Schadenfreude bei mir. Jetzt habt ihr es gehört. Okay. Wo sind wir als Team grad? Also, wir gehen jetzt unten. Bei der zweiten Trophäe, glaub ich, müssen wir's schaffen, die vier Knollen einzusammeln. Und dass dann aber noch jemand hinten ist, der dann die Trophäe einsammeln kann. Ja, der Letzte. Was sind denn die Symbole? Ich hab zweimal blau. Er ist, glaub ich, grün, rot, blau, blau. Das heißt, blau sollte am Ende vorne sein, damit hinten noch jemand ist, der dann die Trophäe packen kann. Ja. Okay. Welche Tastes packen? Ich glaub, das ist unser Problem. Stark. Stark. Was ist das? Unten. Ich glaub, es ist die zweite Welt oder so, ne? Ist die erste. Die Welt ist die erste. Blau. Ja. Und da, was geht? Ja. Oh, Mara. Das wird zu spenden. Entschuldigung, ich klär alle Blobs. Ärgerlich, weil ich fehlerfrei war bis dato. Außer, das weiß man. Dieses Narrativ schafft er mal wieder nicht zu etablieren. Wird keinen Top-Comment geben mit Andreas war eindeutig der schlechteste Spieler unter diesem Video. Wird's nicht geben. Ne, Andreas und Mara waren die schlechtesten. Glaub ich. Hallo, Grüni. Wer ist denn Grüni? Grüni ist der frechste. Bla, 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 bla. Oh, jetzt, oh, jetzt, oh, wirklich, ihr zieht mich runter. Ihr zieht mich runter. Ja, Grüni ist natürlich perfekt. Ihr wollt unten machen. So, was denn? Jetzt genau unten, nochmal, dachte ich. Ich bin rot. Ja. Sorry. Ich kann nix mehr. Da muss Roti dann aber auch nichts zu greifen. Ja, ja, ich bin jetzt Roti. Stark. So. Gut. Immer antizipiert. Blau. Ja. Bin da. Sehr gut. Boah, das ist toll. So, jetzt geh ich vor. Und jetzt blau hin, blau muss nach hinten. Da kommt man nicht ran. Nein, hab ich gehabt. Es ist übrigens zwei und vier ist blau. Aber warte mal, wie schaffen wir das? Boah, jetzt müssen wir den ersten Teil auch noch machen. Wir müssen den Leid... Wir müssen den Leid... Okay, aber jetzt, aber alles unten und jetzt straight durch beim First Tribe. Okay. Stickfight lieber doch nicht, fragt die Regie. Nein, 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 nein. Wir sind jetzt gerade so drin, da können wir nicht auf Stickfight gehen. Wir gehen doch nicht auf. Ah. Und unten? Sorry. Haben wir ein Herzchen? Hast du noch, Florian? Sehr gut. Die fünf Phasen des Sterbens, jetzt sind wir in der Akzeptanz von diesem Spiel. Blau. Du machst es schon wieder! Shit, doch einfach mal. Blau. Ja. Da, bin da. Danke. Jetzt lass uns einfach mal alle sammeln und gucken, was passiert, okay? Ich geh vor. Blau, musst bitte livern. Da ändert sich nichts an der fucking Trophäe. Aber wir müssen wechseln, ne? Hat das was geändert? Aber da ändert sich nichts an der Trophäe. Lass uns ein anderes Level machen, okay? Okay. Ja. Ach so. Wir werden bis zum Schluss, weil wir spielen. Und ich darf nicht mal in den Chat gucken hier. Kommen da nicht weiter. Ja, das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Schau mal, wir brauchen acht Trophäen. Ja, easy. Sieben, eine brauchen wir noch. Ja, komm. Okay, also hier, da müssen wir einen. Einen. Die trollen jetzt. Vielleicht ist die zweite Trophäe wirklich nur für superharmonische Teams. Dass sie sich gar nicht freischaltet sonst. Das ist nur, wenn man das zu viert spielt, geht das. Jetzt sind wir hier wieder im Dschungel. Meine Optik ist gerade auf Raumschiff. Ja. Bitte so früh, wie es geht, switchen bei Sprungpassagen. Danke. Da haben wir jetzt hier aber schon. Quatsch. Früh oder spät. Aber nicht im Sprung. Das würde ich die Zuschauer ja auch mal sagen. Oh, ich hätte die Trophäe doch geholt. Wer ist denn mir da jetzt in den Rachen gesprungen? Weißt du, was ein Rachen ist? Weiß an, ey. Ich habe mal mit dem gekocht. Ah! Auch beim zweiten Mal. Hab's. Also. Checkpoint? Ja, wozu? Die erste hätte man locker nehmen können. Checkpoint. Jetzt sind wir hier in einem Limbo. Blaui! Ach, Blaui. Ich bin da, aber es geht nicht. Oh, zu sch... Ja. Haltet ausschauen, wo die Trophäe sind. Einfach geopfert. Ich wurde hier einfach geopfert. Das war für deine Frechdagsart. Shit. Stark. Ah, fuck, sorry. Grün, gar nicht. Aber ich bin gerade ganz schwach. Ich habe gerade ein Tal. Ich habe gerade ein richtiges Tal. Egal, wir holen dich da raus, denn das machen Teammates. Aber noch ein Fehler und du fliegst. Stark. Grüni. Tolli. Hi. Da, wo es geht. Ja, guck doch. Da, wo es geht. Wo ist die Trophäe? Unten. Lass uns das mal unten machen. Ja, unten. Oh Mann. Brüden. Ja, 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 ja. Aber ich musste nach oben. Wollen wir uns jetzt sterben lassen? Oh, fuck. Wie wolltest du denn da jetzt noch sterben? Rot hoch? Rot hoch, ne? Ja. Ja, wir können auch die erste einfach holen, wenn ihr mir nicht in die Parade fahrt. Das schaffen wir. Wie unsere Ansprüche einfach ins Bodenlose rasseln hier gerade. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Könnt ihr euch vorstellen, was das in der zweiten Welt dann ist? Nee. Da musst du noch Farben mischen und musst dann zu zweit irgendwo reinführen. Und ey, wir schaffen nicht diese erste Trophäe, die aber nur da ist. Aufgabe nehmen. Schön. Oh, ja. Hammer. Schön. Nein. Nein. Egal. Jetzt nicht sterben, nicht unnötiger Tod, kein unnötiger Tod. Ach, jetzt auch. Ah, bitte. Schaffen wir. Schaffung wechseln. Oh, ich erschrecke mich jetzt. Jedes Mal. Sorry, Ego. Fuck, mein Ego ist zu groß. Sorry, riesiges Ego. Riesen-Ego gerade. Riesen-Ego-Tour. Ego-Trip. Sorry. Oh, ich habe nur an mich gedacht und wirklich an euch keinen Gedanken verschwendet. Hab's. So, jetzt ist es auch gut wieder. Schön machen wir das. Blau vor. Ja, bei dem können wir uns schon merken, dass Blau vor am besten soll. Aber ich glaube nicht, dass wir es nochmal machen werden, denn wir werden es jetzt abschließen und die Trophäe erhalten und dann unseren Weg fortsetzen. Weitere Level, wo wir vielleicht gar nicht wissen, in welcher Welt es ist. Vielleicht Schnee oder wir haben... Gespeichert eigentlich? Also, diesen Speichelpunkt? Ja. Oh, das war echt... Ja, wir haben die Trophäe, ja. Kein Interesse mehr, Rot? Das... Ah! Schön, gut. Mara hat einen tollen Rhythmus mittlerweile. Boah, du hast hier echt deine Lieblinge auch in dem Slot, ne? Lars, Mara, nacht ich. Ja, Lars und Mara mag ich am liebsten hier von euch vier. Okay, und Rot, wenn du keine Lust mehr hast, dann sag... Ich musste gerade lachen. Oh, Mann. Wir müssen es einfach nur zum Ende schaffen. Ja. Scheiße, oh, das ist... Dieser Wechsel ist manchmal dann schon tricky, muss man sagen. Oh, nee! War es an der Kante hängen geblieben? Ähnlich, ey. Aber das ist so schwer, weil manchmal es so Schneeball-Effekte gibt, wenn einer kurz ausfällt. Das stimmt, weil man guckt ja auch lange denen hinterher, wenn die da so hängen an der Kante. Ja, dann machen wir noch einen dummen Spruch und dann ist man selber zweimal verloren. So, kommt jetzt. So, bitte jetzt mal kurz nach vorne lehnen. Die zweite Weltsee. Danke. Die zweite Weltsee. Ein bescheidener Traum, deshalb. Nein! Ja, so... Sieh, 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 sieh nicht! Blaui! Ach... Boah, das ist einfach... Das bringt nichts! Ey. Boah, die Sprungfassage ist knallhart. Uns fehlt hier gerade Führung. Ne, uns fehlen die Dogmen, die Regeln, an die sich alle halten. Weil du musst darauf vertrauen, dass die anderen sich an die Regeln halten, damit du planen kannst. Im Sprung, nicht blau! Ja, das ist... Oh, nicht blau! Ne, aber im Ernst, nein, ich bin auf der Seite von Mara, bitte! So. Stark! Hol die, hol die, hol sie! Stark! Ich bin nicht gesprungen, ja. Alle erwischt. Okay, wir haben genug Trophäen. Oh, Bonus, Bonus! Oh, Bonus, Bonus, Bonus! Auf die erbärmlichste Weise nicht geschafft. Okay. Endboss, Freunde, Endboss. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Willst du auch mal spielen? Der spielt schon die ganze Zeit blau. Oh, okay. Oh, ich bin auf dem Schuh gelandet, habt ihr's gesehen? Or Schuh. Okay, kein Grund für Switches! Da unten ist ein Schuh! Was willst du denn mit deinem Schuh? Mit dem Schuh draus aus diesen Felsen, die fallen. Okay, stopp! Rot vorne, Rot immer vorne, weil Rot hat den ersten Charakter. Blaui! Andreas L. Sorry. Also Rot, Rot vorne. Okay, Rot. Andreas L! Er wechselt halt zurück, wenn die Güter. Jetzt ist die Rebellenphase angewiesen. Er sagt jedes Mal, da ist ein Schuh und wechselt. Stopp, 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 Schuhe. So, geht wohl nicht, wenn ich's vor bin. Aber was soll man denn machen gegen den Herbstützenden? Er sagt jedes Mal, da ist ein Schuh und wechselt. So, habt ihr das jetzt gesehen? Er ist ein Schuh. Stopp, Leute. Ich wechsel nicht. Ganz kurz, ich glaube, man muss einen kurzen Sprung machen. Bei der, ja, und jetzt kurzer und lang. Jetzt und lang, genau. Kurzer Sprung, langer Sprung. In Rot bitte vor. Das ist der Schuh. In Rot bitte vor, Leute. Das ist Schuh. In Rot ist gar nicht. Achtung, haben wir's verstanden? Du hast schon wieder gesagt. In der Passage, kurzer Sprung, langer Sprung. Ich bin schon durchfohlen. Hört auf den Goldfisch im Glas, los. Wir schaffen es jetzt. Ruhigen wir uns mal ganz kurz. Jesus. Wir hatten lange keinen Timer mehr. Also Rot vorne. Rot vorne. Und dann nochmal die Sprung rein von dir. Genau, wir haben hier langer Sprung und dann fällt einer runter. Davor machen wir, davor einen kurzen Sprung und dann langer Sprung. Das ist schwer, das ist nicht verrückt. Okay, das schaffen wir. Alles klar. Alle bereit? Ja, klar. Let's go. Rot geht nach vorne und dann schaut mal, ob ihr die Stelle seht mit kurzer Sprung, langer Sprung. Was? Hier, kurz und lang. Ich bin da. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Rot muss jetzt halt nach vorne. Ja. Schön. Bleibe. Sehr schön, sehr schön, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war richtig gut. Da haben alle, da haben alle, alle mitgedacht. Da kann die erst im Sprung wechseln. Ist aber okay, ist aber okay. Stark. Oh, das war fies. Das im Sprung switchen ist aber auch wieder gerade. Aber das muss da sein. Der Schuh da auch wieder. Toll. Andreas war mich kaputt. Wir müssen uns jetzt Strategie überlegen für die eine Endstelle da. Stark. Guck doch mal. Stark. Ei. Ich bin da umgegen. Stark. Ei. Oh, ey. Das ist so easy. Ich war nicht am Leben gerade. Auf vorne, bitte. Ja, wenn ich. Ja. Oh. Okay. Wie machen wir die Zwischendinger? Ich glaube, das Beste ist, wenn zwei in der Luft sind, müssen wir jetzt switchen. Wir müssen jetzt tatsächlich jetzt einmal als Ausnahme, müssen wir einmal die Strategie switchen. Schlappen wir. Ist egal. Okay. Alles klar. Ich werde es beim nächsten Mal wieder versuchen. Rot muss vorne sein. Genau. Ist die. Jetzt, wenn zwei in der Luft sind, switchen. Schön. Der war gut. Der war grundsätzlich gut. Der war nur zwei in der Luft. Ey, der ist er, der den stört. Er macht wieder sein böses Lachen. Oi. Ich bin beim Schuh. Rot vor? Ja. Ah, okay. Leute, ich habe es verstanden. Leichte Sprünge. Leichte Sprünge beim Hochsprüngen. Nur kurz antippen, weil sonst springt man zu hoch. Das mache ich ja die ganze Zeit schon. Ey. Einfach ist nichts. Achso, ja. Ich nicht. Ah, also ich verstehe. Das Spiel wird uns in dem Level die kurzen Sprünge beibringen. Okay. Jetzt haben wir es auch. Schön. Schön. Ach, da siehst du mal. Das war der Knacken. Oh. Da kommt so ein Wechsel und dann bist du wieder raus. Ich muss auch. Oben, unten. Ja, genau. Oh, Mann. Oh, jetzt kommen hier die Sprünge. Oh, wir haben das aus Versehen falsch gemacht. Wir haben aus Versehen richtig gemacht. Okay. Ah, cooler Level. Oder? Mit dem Schuh da unten. Seht ihr den? Kurzer Sprung. Genau. Rot war nicht da. Da konnte ich nicht. Rot war nicht da. Nee, Leute. Ich konnte nichts machen, Trainer. Trainer? Der Trainer hat mich zurückgehalten. Ei. Oh, nee. Ja. Seht ihr mal, wie es ist. Wie ist es denn? Boah, das ist ja gnadelos. Oh, ihr Schweine. Ja, das war Ego. Das war mein Riesen-Ego. Sorry gerade. Das war, ich habe wieder nur an mich gedacht. Ah, okay. Aber das war noch Wut von ihm. Schaffen wir nicht an den Schuh denken. Oh, ey. Aber das sieht doch so böse aus, wie man ein bisschen zu hoch springt und gegen den Fels knallt. Ja, das ist wirklich schwierig. Das ist eine schwierige Passage. Rot vorne, gut. Unnötig. Kurzer Sprung, kurzer Sprung. Schön. Schöner Wechsel, schöner Wechsel. Ey, die dürfte ich gar nicht gehen. Ja, sorry, das weiß ich nicht, was da richtig ist. Das war jetzt wieder... Was unten? Unten, genau. Darf ich hier. Ich muss, glaube ich, runter. Ich lasse mich fallen. Nein! Oh, ich brauchte Blau unten. Okay. Das war aber machbar eigentlich. Und Leute, kümmern... Oh, ne Pass. Darf ich hier. Oh, spannende Spielmechanik. Oh, da muss man... Oh, der Stalag Miet. Schaffen wir. Miet. Au. Ich bin über meine Farbe. Scheiße. Oh, jetzt sieht's mir an. Miet, 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 Miet. Miet, Miet, Miet. Oh, ey, jetzt kommen auch die ganzen Leute zurück, die im VOD vorgespult haben. Die haben wir jetzt auch wieder am Start. Oh, Miet. Es ist ein Massaker mit dem Miet. Miet, 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 Miet. Schaffen wir. Wir haben es fast geschafft. Miet, 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 Miet. Wir sind noch super weit... Quatsch, ey. Super weit weg. Weil wir wissen, dass wir es geschafft haben. Wenn wer schuldig ist, dann rot. Schön, schön. Miet, Miet, Miet. Ihr braucht den Miet. Was ist ein Miet? Stalag Miet. Ja, Stalag Miet ist zu lang als Wort. Oh, wir sind noch dabei. Blaui. Habi. Grüni. Hoi. Schön, aber sehr ego. Gumi. Gut. Oh, ich hänge am Miet. Nee, 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 nee. In der Passage darf wirklich niemand sterben. Sagte er. Hab wir. Letzt Andreas ins Messer laufen. Hoi, 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 hoi. Grün. Stark. Stark, richtig stark. Stark, 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 stark. Nein. Ein Problem, du kommst wieder. Ach Gott, da muss man mit dem Spohn drüber. Haben wir, haben wir. Grün nochmal, grün. Oh. Sorry, geschlafen. Sorry. Sorry. Mega geschlafen. Mega abschlafen. Ich bin halt nicht so. Ich bin halt nicht so, dass ich euch das jetzt nachher... Mega verschlafen. Okay, lass uns die Passage nochmal anschauen. Nein. So richtig blöd, halte man da mit dem Kopf auch, ne? Ei. Haben wir. Roti. Ja, ja. Schön. Schön. Nur ein Leben verloren. Das ist richtig stark. Runden geht es nicht weiter. Das müssen wir noch... Rot, Blau im... Hab ich. Grüni. Oh, okay. Versaut, aber okay. Aber ich muss auch springen, glaube ich. Vielleicht wird er mit I, Alter. Reicht die? Beti. Ach, schaffen wir. Stark. Ultra stark. Gute Reflexe, Andreas Lynch. Ah, ja. Gut. So. Schön. Oh, schön. Rot. Ja. Schön. Gut, 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 gut. Grün. Oh, ich versagt. Ich versagte. Grüni. Ich versagte. Blau. Nein. Okay, aber das geht. Das geht. Das geht. Es ist machbar. Es ist schlagbar. Es ist schlagbar. Ach, nee, nicht so, André. Ey, komm. So fangen wir gar nicht erst an. Ey, das fangen wir gar nicht erst an. Ja, ja, ja. Dass das Spiel genau das will. Ja, 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 ja. Ein kleines Königchen, leider. Weißt du, weil man jetzt auch denkt, man will hinten den anderen, zu dem man dann wechselt, nicht innen tot springen lassen. Ja, richtig. Und dann verzögert man. Stark. Gut, wir haben volle Lebensenergie. Musst es machen, sonst wer nicht. Rot. Rot. Rot mehr. Nein. Da verliert man so viel dann am Ende. Okay, ist nicht schlimm. So, jetzt ernsthaft. Ja. Stark. Alter. Gut, gut. Schön, alle fünf Lebenspunkte. Sehr, sehr gut. Da habt ihr euer Progress-Format wieder. Ah. Schön. Supergut. Smoothie. Oh, jetzt wieder kurzer Sprung. Kurzsprung. Ich war tot. Aber super, super Runde. War das erste Objektiv. Ganz starke Runde. Oh. Ganz stark, Alter. Alter. Du hast dich so gebessert. Du hast dich so gebessert. Jetzt sind er auf meinem Level. Das war die Weiterbildung. Weil ihr checkt, dass wir im Sprung switchen müssen? Ja. Oh, das war mein, das war der Weich. Kurze Sprünge. Nur ganz tappt. Ganz feucht. Ganz sanft. Aber gut. Niemand war im Leben. Weit gekommen, weit gekommen. Okay. Oh. Trotzdem stark. Schön, schön zurückgeholt. Schön recovered. Alter, Andreas, du machst solche Fortschritte gerade. Es macht so Spaß, sie zuzuschauen. Was soll das brechen Lachen wieder? Man will halt wirklich nicht nach vorne, aber die Kinder nicht gehen will hin. Da macht der Eimer wieder im Bereich. Guckt doch euch das an. Dieser Mann. Oh, das konntest du vorhin besser, Andreas. Das hat vorhin schon mal geklappt. Nicht singen und springen, sagt man ja immer. Ja. Just dance. Gonna be okay. Schade, dass du da leider einen Riesenfehler gemacht hast. Ihr mit euren Becken. Oh, ich carry euch so hart gerade. Oh, das war mein Fehler. Da hab ich auch aus Versehen mal Fehler gemacht. Blaui? Bin ich ihn. Ja. Tja, Leute, rot war nicht da. Aber das war schon okay. Ich laufe auf den roten Kristall zu. Wer hat denn da schnell gewechselt? Warum bin ich vorne? Nee. Es ist leider eine anspruchsvolle Passage für Andreas, aber die hast du vorhin wirklich genailed, muss man sagen. Und da kommt jetzt gar nichts mehr. Du bist da. Schön. Besser wird es. Ach, Mann ey. Nee, du darfst da nicht sterben beim Rest. Du darfst da keinen Fehler machen. Ach, das hat ich natürlich vergessen. Guck. Ja, hab ich jetzt auch wieder gemacht. Egal, komm. Weiter, 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 blau. Nein. Na, blau, also. Das ist echt einfach nur noch dreist. Das ist das Wagen. Ranbleiben, 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 ranbleiben. Ranbleiben, nicht sterben, bitte. Andreas, mach's mit dir zu sterben. Bitte, bitte. Hör mal auf zu sterben, bitte. Sind wir gut gerade? Sind wir uns gerade einig, dass nicht gestorben wird jetzt? Okay, ja. Sorry, Leute. Okay, wir hatten das vorhin echt gut gemacht. Wir sind mit fünf bis zu den Mieten gekommen. Das kriegen wir hin. Los geht's. Seid ihr bereit? Okay? Volle Power. Let's go. Los geht's. Team Flamm. Schön. Schön. Riesenfehler. Das war der schlechteste Run ever. Motivationstrainer-Projektiv. Gut, 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 gut. Guck mal. Schön angeblieben, volle Punkte. Jawohl, ja. Nice, alle fünf leben. Schnapp. Weiter geht's. Die haben wir auch schon mal genailt. Blau, 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 wo ist Blau denn? Blau war tot. Nein, Blau darf nicht. Blau ist so eine wichtige Rolle hier, leider. Du hast hier echt eine Hauptrolle. Du hast hier leider... Ich denke, das ist gut, dass der beste Spieler Blau ist. Du hast hier leider echt eine Hauptrolle mit Blau. Guck mal. Uff. Wenn ich da lebendig bin. Formulier den Gedanken aus. Guck mal. Ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo ihr langsam auf mein Level hochkommt. Hätten wir die gefährlich, oder was? Ja. Aber wie ist es, wenn der vorne springt und ich tausche mit ihm, dann muss der nochmal springen. Also wenn wir eine Hürde haben und du springst drüber und ich tausche mit dir, dann musst du nochmal springen. Exakt. Das heißt, einer springt zweimal, der andere gar nicht, weil er ja tauscht. Ja. Pech ist aber, dass es dann ja noch lange und kurze Sprünge gibt. Das heißt, du musst schon gucken, wenn du denkst, oh, gleich werde ich getauscht, musst du eigentlich sofort springen. Nachdem du getauscht wirst, sofort springen, damit du wieder in der Luft bist. Da muss man aber erstmal checken, zu wem man getauscht wird. Das ist ja im Zweifelsfall egal, glaube ich. Lieber erstmal Sprung drücken. Wir machen es, wir machen es. Okay? Ja. So, welche Farbe war ich nochmal? Nicht schlimm. Schaffen wir. Gut. Sehr gut. Wir kriegen gleich wieder ein Herz und dann sind wir wieder voll. Ja, als recht. Voll und schwapp. Nee, das darf nicht sein, Andreas. Du machst dir leider immer denselben Fehler, der unnötig ist. Naja. Du motivierst den natürlich nicht. Okay. Ja, gut. So, Spitzensportler sind immer sensibel. Regi. Regi. Spitzensportler sind sensibel. Ja, 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 ja. Das Problem sind die, die hingetauscht werden, dass die nicht mehr springen können. Es ist aber auch super schwer. Exakt. Ja, ja. Ja, ja. Aber wie sollen wir das lösen? Eigentlich muss man, man muss aufhören. Ja, dass ich da nicht vorne war. Man darf nicht an sich denken, man muss das Team sehen. Man muss wissen, wo, wo, wo bin ich gleich? Und was tue ich dem anderen an gleich? Ja, du siehst, oh, da kommt gleich rot und Andreas ist vorne, also wird Mara switchen, also muss ich gleich springen, da wo sie jetzt steht. Ja. An dem Punkt bist du nach fast zwei Stunden. Ja. Komm schon. Wir schaffen das. Oh. Jetzt geht wieder los. Wer muss da vorne sein eigentlich? Ich. Ja, du. Okay, cool. Und das geht super gut. Stark, stark, stark. Weiter, 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 weiter. Leichter Tab, leichter Tab. Ganz zart. Das muss hauchzart sein. Das muss wirklich hauchzart sein, dieser Sprung. Ja. Ja, wenn Blau einmal fehlt. Das zittern alles voll. Das ist so eine wichtige Passage. Stark wiederum, das habe ich richtig stark gemacht. Ja, wenn wir zu zweit vorne sind. Grün muss hinten sein dabei, glaube ich. So, da bin ich, das geht. Weiter. Schön, ganz solide, super gut gemacht. Wow. Grün. Schön. Super, super. 3D. So weit waren wir noch nie. Wir sind die Besten. Wir sind die Stärksten. Moment mal. Muss man bei den Icons vorne sein? Nee, ne? Doch, ich glaube schon. Mhm. Ja. Die müssen in der richtigen Reihenfolge aufgesammelt werden. Für die Trophäe. Wollen wir wirklich die Trophäe angehen? Oder wollen wir das erst mal ignorieren? Ja, aber die brauchen wir ja für die zweite Welt. Oder nicht? Naja. Oh. Ja, das war jetzt. Ja, gut, das war jetzt ein Versauter. Versauter. Wie man dann auch gar nicht weiterkommt. Reset, reset, reset. Es ist ein Koordinationsspiel letzten Endes, ne? Ja. 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 Ich bin hinten dann gestorben. Nee, 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 nee. Du darfst den anderen nicht so unter die Räder werfen. Dann bin ich vorne. Du hast nichts davon, wenn der andere unter die Räder geworfen wurde. Naja. Das hat jetzt natürlich nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Trotzdem durchgekommen, wie war das jetzt? Schön. Nein! Man kriegt ein Herzchen davor. So, jetzt grün. Äh, oh, 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 Ding nach vorne. Wie heißt die Farbe? Blau. Boah, Alter, wie uns das vereint. Dezerniert einfach dieser Teil da. Stark. Stark. Gut, Andreas. Na klar. Wenn Andreas bombenfest ist, dann ist die nochmal super leicht. Ich bin halt noch nicht mal über dem Abgrund, ne? Das ist das, was Flo und Team meinte. Dann muss der andere wissen, dass er sofort springen muss. Bei diesen Doppelsprung-Dingern, wo man beide über den Abgrund muss, darf man erst switchen, wenn beide in der Luft sind, ne? Mhm. Wenn der eine noch am Boden ist, dann hat der keine Chance mehr. Du musst warten, bis beide in der Luft sind und dann den ersten brechen und dann switchen. Anders geht es nicht. Ja. Und ich bin immer letzter vor diesem Ding. Ah, sorry. Riesenpatzer von mir. Wow. Siehste, und da müssen, da müssen blau und rot vorne sein. Du musst sofort... Ne, das geht ja nicht, weil ich durch die letzte Entscheidung hinten sein muss. Es sei denn, wir wechseln durch, das bringt uns aber auch nichts. So. Jetzt mal bitte einen guten Zug. Warum ist das noch so große Schwierigkeit? Oh, riesen Blackout. Sorry. Ja, beide in der Luft, genau so muss es sein. Das war gut. Schön, aber okay. Aber waren Elemente... Hey, wer war das Grün? Das war Grün aus der Linke. Sorry, schlimm. Ja? Ja, das war grün. Okay. Ah, zu früh. Und dann noch mal wieder so, was dieser erste Ding schon ist. Das war das Grün hat geschlafen. Gehört auch zur Wahl. Nein! Das ist ein reines Rhythmus-Ding. Das ist wirklich... Vor allem, das ist so ein Schneeball-Ding. Wenn da einer einmal failt, dann hast du sofort vier, fünf Leben verloren. Stark. Schön! Ja, genau! Super. Das war perfekt. Das Gegenteil von dem davor. Ja, wo bin ich? Nicht da. Ja, kocht nicht auf. Oh, Leute! Das ist ein anspruchsvoller Teil. Gut. Okay, Mara ist vorne, das reicht. Wir brauchen links. Bin da. Warum? Nein, 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 nein. Das war ein Bug. Das ist halt ultra-verbugtes Spiel. Sorry, aber den hab ich nicht verpasst. Alles klar, einmal auf Updates prüfen. Nee, können wir kurz einen Steam-Kommentar schreiben. Gutes Spiel, aber ultra-verbug. Oh, wir sind vorne, sehr gut. Oh, Mann! Ich muss dann nur einen kleinen Sprung machen. Anders schaff ich das nicht. Ganz am Anfang. Jesus, Alter, ist dieses Sick, Mensch. Ey, wer war das? Sorry, das... Können wir kurz eine Sekunde Pause machen? Jedes Mal, wenn ich nach Darko, dann bewegt sich der ganze Raum. Das ist ja richtig komisch. Ist das ein Schlaganfall? Blinzelt zweimal mit einem Schlaganfall. Alles okay? Boah, ey, ich hab gesagt, dass unser Slot nicht der erste sein wird mit einem Live-Schlaganfall. Da müssen wir uns schon dran halten. Vorhin hatten wir so einen kurzen Epilepsie-Moment. Jetzt Schlaganfall. Mara sieht die Aluzinationen. Wir tauchen ja wirklich ab. Wo haben wir uns verloren? Wo sind wir falsch abgebogen? Wir waren schon weiter, ne? Das ist halt das Nervtige. Das ist halt das Nervtige. Wir denken im Kopf an dieses spätere Problem. Richtig. Und auf dem Weg dahin meistern wir die anfänglichen Sachen. Wir müssen im Moment sein. Wir müssen wirklich im Moment sein. Und eigentlich sollten wir... Ich glaub, wir müssen uns auch mehr merken einfach. Wir sind zu merkfaul. Einfach merken, Switch, Sprung, Switch, Switch, Sprung. Einfach so den ersten Part und dann einfach nailen. Okay. Einfach nailen. Let's go, einfach nailen. Let's go! Jetzt wird gernailt. Seid ihr bereit? Mhm. Nicht vom Weg... Soll ich neu starten? Wir dürfen nicht den Lars machen. Ne, mach fort. Was? Was? Ne. Achso. Was? Ne. Fehlfunktion. Fortfahren. Jetzt hab ich wirklich... Lars. Wieso? Okay, fortfahren. Let's go. Ja, wir dürfen nur weiter. Okay. Guck mal, es geht schneller als nur starten. Einfach sterben. Was war das? Wir sind dann nach diesen Besprechungen... Ja, das ist immer schwächer. Wir sind immer komplett aus. Besprechungen. Wir brauchen echt den Grind einfach. 100 Prices in Folge und dann wird's irgendwann mal. Einfach auch mit... Ja, guck mal, gut! Aber ich war schwach. Tja, dann musst du springen, Mara. Sorry. Da kannst du nicht das Gamepad hinlegen und sagen, tja, ich bin nicht mehr vorne. Ja, dann bist du hinten und dementsprechend wird gesprungen. Ich drücke da ganz schnell mal auf springen. Warum... 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 Was... Was... Was ist denn da immer das Problem? Grün. Grün lässt mich hängen. Schaffen wir. Ich bin da. Stark. Stöhnen. Und so jetzt einfach jedes Mal. Das erst abspeichern und das so jetzt jedes Mal. Okay. Stark und schön. Stöhnen. Stöhnen. Geil, Mara, dann... Ja, 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 ja! Wunderschön! Und das ist, weil wir das eben besprochen haben. Dran bleiben. Bin vorne. Da! Oh, da ist sie mich im Ding geworfen. Sorry! Ja... Schaffen wir. Wir haben noch zwei Leben und drei. Oh, keine Trophäe, nicht im Ansatz. Naja, das ist die erste Welt für Indus-Shift-Style. Die Geschichte haben wir nicht gelesen. Wir haben die Geschichte geskippt. Wir sind auf dem Planeten. Was soll denn jetzt noch passieren auf dem zweiten Planeten? Ist das die zweite Welt? Ah, riesiges Blätterdach. Level 2, zweite Welt, erste Level. Aber weil wir das geklärt haben, dass du einfach springst. Manchmal muss man auch reden miteinander. Sag ich immer. Sagst du ja immer. Davon lebt ja so eine Beziehung auch. Was ist das? Was ist denn hier? Oh, okay. Oh, shit. Jetzt wissen wir, was passiert. Nur Grün kann die Plattform aktivieren. Nur die Farbe kann die Plattform aktivieren. Oh, das ist knallhart. Pizza. Musik. Cool. Laue? Da oben. Klar, wir können hinterkommen. Ah, wir müssen jetzt switchen. Ja, ja. Oh, schön gemacht. Schön gedacht. Ja, ja, ja. Gedacht und gedacht. Easy. Wie Linkschläser auch die neuen Spielmechaniken sofort versteht. Am Anfang war ich unterfordert. Feinlich. Stark. Zu schwach gesprochen? Irgendwie mit dem richtigen Gedanken. Das ist wohl gar nicht nötig. Mich hängen lassen. Von hier, sorry. Dann auch unten. Oben ist Speicherbuch gewesen. Egal, brauchen wir nicht. Okay, blau vorn. Grün. Ja gut, das ist aber alles optional bis jetzt. Alles optional. Damit wird es ignoriert. So läuft das in Videospielen. Doktor, ich wusste nicht, dass es optional ist. Ich glaube, wir sollten da schon ein bisschen gucken, dass wir die Spielmechanik verstehen. Zumindest den Speicherpunkt sollten wir uns mal holen. Der oben ist. Ja. Ich gehe vorne. Ah, sorry. Das ist jetzt aber gegen alle Prinzipien verstoßen, die wir in harter Teamarbeit erarbeitet haben. Blau vor. Ja, aber Rot hat gesagt, nee. Sorry. Auch sowas müssen wir tun. Ja, Ego-Trip von Rot. Blau ist da. Und Rot. Rot, wechsel doch! Upsala. Mann, da hätten wir die Trophäe gehabt. Wechsel doch einfach zu mir. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir alle verstanden, wie es geht. Rache hat keinen Platz im Team, Andreas. There is no air in Rache. Okay, Blau langfristig. Oh, voller, völliger Abriss. Roti. Schön, gut gemacht. Zwar auf Kosten meines Lebens, aber das holt sie ja dann. Blau ist da und Rot. Jetzt komm, wechsel! Wechsel! Ach so. Ja, ja? So. Ah ja, gut, dann sterbe ich halt. Danke. Oben, Speicherpunkt. Geht eben nicht ohne mich, ha? Ja. Jetzt dranbleiben, bitte. Blau. Da. Rönig. Ei. Im Sprung. Wow, da stirbt man sogar, wenn man da dagegen dotzt. Das ist hart. Wow. Wow, Leute. Aber stimmt, das ist ja das erste Spiel, was es nach dem Jahr... Wechseln dich doch nicht rein, wenn du in die Plattform kommst. Der ist der Schlingelingsch. Der Schlingelingsch, du. Sorry, aber es ist immer noch ein Entertainment-Format hier. Ei! Keb. Die sind wieder mal die... Oh, da oben gegen die Wurzel gesprungen. Und hier sind die T-Shirt-Motiven mal wieder wichtiger als der Erfolg. Ach. Hab's. Oh. Der Wechsel war zu krass für mich. Einfach geopfert. Schön. Oh, Verletzung. Alle beide. Guten Gruß an euch beide. Guten Gruß. Da oben ist er... Da oben ist er... Got it. Wir werden nie diesen... Diesen... Ja, brauchen wir nicht. Lauf vor. Ja, und dann hinspringen müssen, sagst du? Nicht. Wir sind echt wirklich so die Schmalspurspringer. Da wirklich immer nur den einfachsten Weg. Super. Jetzt aber, Marc. Und wechsel. Ja, wir nehmen die Schmalspur. Ist okay. Ach, du gröne Leute. Leute, haben wir es in der Leyen? Mit einer Tee. Schön. Oh Gott. Geil. So. Das war ja nur zum Lernen. Nice. Das war ja nur zum... Komm, ein Level haben wir noch. Ach, Pflanzen. Oh. Das geht dann wieder unter. Ich antizipiere mal, dass jetzt grün kommt. Nein, aber falsch. Tatsächlich. Das Spiel ist schlauer. Und plätt daneben. Aber ich glaube, die waren an dem Punkt. Und dann hat einer im Meeting gesagt, aber rechnen damit nicht alle? So war das. Würdest du gerne ein Videospiel entwickeln, Adrian? Nee, das war jetzt mit Null. Stille. Sorry. Achtung! Oh, stark gemacht. Guck mal, das ist... Oh, da wird es ein Kurzsprung. Das müsste ein Kurzsprung sein. Andreas hat es als einziger verstanden. Aber checkt ihr, dass diese Durchlässigkeit auch zu unserem Vorteil sein kann? Ja, natürlich. Es wurde gecheckt. Guck mal, da sterbe ich nämlich. Die erste Stellung ist nicht mehr. Wie sie einfach herunterplumpsen. Ah! Hab's. Hab wir den Speicherpunkt unten, den hoch. Noch mal blau, noch mal blau. Ja, so schön. Wo war denn der? Ich glaub da, ne? Nee. Lass mich mal runterfallen. Ist es grün oder blau? Scheiße. Ich hab's jetzt echt nicht gesehen. Scheiße. Ist es blau oder grün? Ich seh's manchmal gar nicht. Ist die Farbe blau oder grün? Stille. Wie geht's euch? Ach, ich war ja ruhig. Einfach Arbeitsverweiger. Nö. Ich hab gerade vergessen, was für ein Farbe ich war. Ja, okay. Aber der Kurzsprung, der ist schon ein bisschen fortgeschritten. Rot, bitte. Lasst euch doch mal fallen. Extras. Sorry, das Spiel ist soweit fertig. Haben wir das Extra schon angesprochen? Nope. Das passiert erst übermorgen. Extra. Extra. So, ist das wie immer runterfallen. Ja, das ist doch gut. Du den Speicherpunkt. Ah, du bist so gut. Du bist auch gestrahlt. Also, Andreas L., du bist einer der Besten. Andreas ist schlau. Nein! Naja, wir haben noch volle Leben. Und das hab ich gesehen. Ich hab dich geopfert. Jetzt müssen wir aber, ja. Aber zum hohen Wohl. Ich hab dich zum höheren Wohl geopfert. Ja, aber gut. Aber Speicherpunkt haben wir. Also, gar kein Problem, da wieder hinzukommen. Man kann da einfach drüber springen. Da braucht man gar nicht diese Mara-Brücke. Hallo? Ich glaub auch, dass einer der Spieler irgendwann obsolet wird. Wie geil ist das? Ja, es kommt einfach nirgendwann mehr rot. Ja, genau. Das Spiel hat den schwächsten Spieler in der Mitte. Wann kommt denn noch mal was Blaues? Naja. Ich glaub, das wissen wir inzwischen alle. Das ist schon sehr grünes Blau, oder? Wie würdest du das nennen? Aber wenn ich tu fehl, ist nicht schlimm. Natürlich. Wirklich mit dem Abgeschlossen, oder was? Lowest effort hier. Aber ist euch aufgefallen, dass ihr schon seit langem keinen neuen Charakter mehr bekommen habt? Am Anfang ging das so. Warum hattest du denn noch keinen neuen? Ich hab den Fisch im Topf. Ach so. Schaff ich noch eins? Ja, eins geht noch. Ja. Das wird schön. Ach so, du bist ja heute... Oh, süße Musik. Ganz herzlich. Oder? Da fall ich doch gleich meinen Tod. Und alle hinterher. Danke. Wir haben loyal gefolgt. Wie die Jim Jones-Sekte. Da unten scheint es weiter zu gehen. Ja, wenn einer schläft, dann ist es vorbei. Da ist übrigens das Raumschiff teil, falls ihr euch für die Story interessiert. Stark. Rot. Ja. Hast du den Blick gehabt? Hab ich doch. Geh unten, was geht? Nee, ich sterbe. Trotzdem da. Spürt man auch direkt ganz ruhig. Oh. Nein. Starkflug. Bin ich denn hier? Unmettrophäe gewesen, stimmt. Ja, da sind wir schon lange dran. Puppe an den. Ja, Punkt. Einen Punkt. Blau, bitte. Da, danke nochmal für den Hinweis. Hab ich zeitlich gelandet. Ah, jetzt hab ich... Die gedacht, ich wäre Andreas. Das denk ich auch oft. Denk der halbe Chat. Und... Herz. Oh, extra, extra. Ja, läuft doch. Grün. Oder Gabe, je nachdem. Ich wollte Gabe spielen, das kann ich so ein bisschen. Oh, Mann. Ach, ist das ein erliger Level. Wollen wir den nochmal machen, wo wir eine Trophäe holen? Ja. Weil der war echt angenehm, oder? Ich glaub, da hatten wir alle eine schöne Zeit. Mara hat die wenigsten Schnitzer, macht sie richtig gut. Dankeschön, Nadol. Das stimmt nicht. Man guckt doch immer gerne in den Chat. Ach, komm. Dass deine ganzen Dog-Sitting-Freunde hier am Start sind. Sorry, war ein Riesenfehler für mich. Erste Fahrt bis zum Ende. Wenn meine Face-Sitting-Freunde nicht da sind. So. Flory, schön. Nicht in den Totspringen. Scheiße. Ich mag mit Ben mal einen Soundtrack runter für die Fahrt nach Hause. Ich bin noch da. Geht's, Mädchen. Es ist deine Zeit da. Also, da müssen wir hochgehen. Und da haben wir uns gemerkt, erst rot, dann grün. Also, wir müssen alle drei nach oben. Schön. Nein. Egal. Ihr schafft es ohne mich. Wir machen es nicht ohne dich. Ah, ist toll. Okay, und hier ist ein bisschen anderer dabei. Ich bin da, ja. Slunk. Alle hoch, alle hoch. Ah, nee, das ist gar nicht diese durch. Ah, einer muss. Ja, so. Na doch, die schalten wir es bei. Ach ja. Wir müssen durchwechseln komplett, ne? Boah, wie geht denn das? Wie geht denn das? Ich muss oben sein. Moment, wie geht das? Wollen wir den Checkpoint überhaupt nehmen? Offensichtlich der Ablogger. Blau. Okay, das ist ein bisschen anspruchsvoller jetzt, ne? Mit dem Wann durchgehen. Aber sind jetzt nicht beide Trophäen schon weg? Im zweiten Teil des Levels gibt es gar keine Trophäen mehr, oder? Doch, irgendwo hoch muss man noch. Oder? Kurz vorm Ende. Grün. Nee, 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 nee. Ich glaube, beide Trophäen sind im ersten ... Aber guckt euch das Timing an. Brutiert recht. Okay. Wow. Also das war unser erster Ausflug in dieses Spiel Joggernauts. Viel Freude, viel Frust, viel Streit. Viele Dinge müssen noch besprochen werden jetzt nach Drehschluss. Aber wir sind doch jetzt eine stärkere Einheit als vorher. Hast du nicht das Gefühl? Ach, Rickon und ich vielleicht. Aber von euch beiden, glaube ich, eher distanziert. Aber ja, sehr, sehr cooles Spiel. Überrascht. Ich dachte, Andreas kommt jetzt mit so einem billigen Spielchen daher. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin zufrieden. Ja, ich glaube, es ist für dich das erste Spiel, was aus den 2000ern ist, was du ... Das stimmt. Das stimmt allerdings, ja, ist richtig. Naja, ihr könnt es natürlich auf der Switch auch euch holen oder auf dem PC, wenn ihr da mal reinspielen wollt. Kostet nur ein paar Euro. Lohnt sich auf jeden Fall, Joggernauts. Mara, danke schön, es war mir eine Ehre. Würde ich aber auch nicht ausschließen, dass wir das noch mal angehen. Können wir doch noch mal machen. Also wir haben ja noch einige Level vor uns, muss man sagen. Ich glaube, mit einem Last Link, mit einem Last Eric Paulsen, ist es schwerer. Oh, zu viert? Oh Gott. Ist es schwerer. Ach, nee. Aber mal gucken. Zu viert könnte auch gehen. Ja. Geht's zu viert auch schon? Es geht zu viert, ja. Wow. Das ist Morten-Totschlag, glaube ich. Ja, ach, na ja. Wie gesagt, am Ende ist für mich nur wichtig, dass wir Freunde bleiben. Ja. Richtig. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Donnerstag, 17 Uhr. Könnt ihr euch verlassen. Diese Gesichter werden euch entgegenstarren. Bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Woche und jetzt ganz viel Spaß mit Verflixte-Clicks. Ciao. a noch. Ä noch Mercedes-Benz. Das ist gut. Ne Untertitelung des ZDF, 2020